Wotzen, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Siedekast. Hallo und herzlich willkommen zu Siedekast Nummer 89, die letzte Achter-Serie quasi, oder das letzte Mal, dass wir uns auch in den 80er Jahren nachher noch befinden bei der Zeitreise. Und dazu habe ich mir, nicht nur zu der Zeitreise, sondern auch, um erstmal ein bisschen zu quatschen, was wir denn zuletzt gesehen haben, habe ich mir heute wieder den lieben Peter eingeladen und ich begrüße ihn recht herzlich. Hallo Peter. Ich weiß zwar nicht, wer der liebe Peter ist, aber hier bin ich, Peter, Peter Dickmeier, Muvidek, ich grüße dich, Jan. Ja, möchtest du lieber der böse Peter sein? Nein, natürlich auch nicht. Oder was gibt es für Peter? Peter Bond? Jetzt geht es aber wirklich in den Keller. Nein, danke. Es sollte ein flacher Witz sein. Ob ich lieb bin, das kann ich auch selber gar nicht beurteilen. Und alle, die mich kennen, haben da auch ihre eigene Meinung zu, so wie wir heute zu dem, worüber wir reden werden. Ja, wir haben ja gerade schon über die Stimmen gesprochen, auf jeden Fall mit einer sehr angenehmen Stimme. Also das bestätigen auch meine Hörer und ich persönlich auch. Es ist immer sehr angenehm, deine Stimme zu hören. Sehr schön. Dankeschön. Dann wird es umso schlimmer, wenn es dann wirklich wahr wird, dass wir vielleicht irgendwann in näherer Zukunft auch mal mit Bild arbeiten. Aber ich sage an der Stelle nur, liebe Zuhörerinnen und Renner, ihr könnt die Augen natürlich jederzeit wieder zumachen. Ja, und natürlich selbst wenn wir mal mit Bild arbeiten, es wird auch für die, die es nicht sehen möchten, das Ganze weiterhin als Audio-Podcast geben bei Spotify, bei Apple und überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Und natürlich auch auf der Webseite, für die, die da noch nie was von gehört haben, cinecaster.de ist die Webseite. Da findet ihr auch noch alle Podcasts direkt zum Abruf oder könnt ihr auch dort direkt hören. Ja, schön. Da haben wir direkt nochmal ein bisschen Werbung hier gemacht. Warum? Auch für dein Format gibt es da Neuigkeiten. Ich weiß nicht, wie du deine Zeit ja auch jetzt zuletzt, vielleicht in den letzten zwei Monaten verbracht hattest. Du hattest im Vorgespräch schon gesagt, die Presseverführungen sollten wieder langsam anrollen. Ich habe ja auch schon die erste Einladung bekommen. Für Freitag, ja? Ich glaube aber, genau, genau, für Freitag. Und ja, ich war aber auch im Kino, da kann ich gleich auch noch was drüber erzählen. Aber fang du mal an. Ja, ich greife jetzt das Stichwort einfach mal auf. Ich freue mich darauf, dass ich am Freitag wieder in der, ich weiß nicht, ob das jetzt dann zurücklieft, wenn wir es hören. Es hängt ja von Ihnen ab, wann Sie es hören, meine Lieben Zuhörer. Auf jeden Fall die nächste, wieder endlich mal eine Presseverführung. Irresistible mit Steve Carell. Ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird ein richtig schöner, eine schöne bissige Satire. Aber lassen wir uns überraschen. Ich gehöre zu den Leuten, vor allem zu den schreibenden Leuten, die möglichst wenig vorher über die Filme wissen wollen. Sich nicht zuballern, nicht nur, weil mich sonst eventuell oder der Spoiler-Virus ereilt, sondern auch, weil ich möglichst unvoreingenommen Filme sehen möchte und nicht mit zu hohen Erwartungen oder schon mit Vorurteilen reingehen und erst recht nicht mit der Meinung anderer Leute. Insofern kann ich da selber bisher noch nichts zu sagen. Sobald ich das kann, werde ich das auch gerne hier machen. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, bitte? Wird es dazu wieder eine klassische Audiokritik von dir geben? Ich werde mich bemühen, da was zu machen. Bei mir hat sich die professionelle Seite des Berufsjournalisten ein wenig verändert. Alte Bindungen sind eingestellt worden im Laufe der Krise. War nicht meine Entscheidung. Neue sind in Arbeit. Und wenn die noch nicht funktionieren, werde ich sozusagen auf eigene Kappe für meine eigenen Kanäle und auch hier für Cinecast Audio-Formate weiter erstellen, um allen, die Spaß dran haben, mit Neuigkeiten über Filme zu versorgen. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich da immer drüber. Sehr schön. Und wo du gerade schon beim Kino bist, ich war sogar im Kino. Sag an. Ich habe noch nicht mal einen alten Film gesehen, weil momentan überschwemmen die Kinos natürlich gerade alte Filme. Die Nolan-Filme laufen noch mal alle. Die Dark Knight-Trilogie läuft noch mal. Und, und, und. Nein, ich habe mir einen neuen Film angeguckt im Kino. Und zwar, sag schon. Ja, Anfang Juli gestartet. Du wirst vielleicht, ja, überrascht sein, aber nein, es war Conny. Conny. Conny war doch. Conny. Sag dir Conny was? Ich bin jetzt, ich habe jetzt so ein, ich weiß nicht, was ich im Kopf habe dazu. Ist das was für, sagen wir mal, Leute, die deutlich jünger sind als ich? Da bist du etwas ganz heiß auf der Spur. Also Conny ist eigentlich eine Hauptfigur aus Kindern und Jugendbüchern. Meine Freundin Conny, Conny und Co. Also da gibt es aus dem Carlsen Verlag ganz, ganz viele Bücher. Und ich glaube sogar mittlerweile, oder es gibt auch Hörspiele. Meine Kinder kennen Conny vor allem halt aus den Büchern, weil das sind so diese klassischen Bücher wie, wie Conny hilft Papa, wo dann halt gezeigt wird mit vielen Bildern und ein bisschen Text, was Conny alles schon macht, wenn sie hilft, Papa im Garten was zu machen. Da haben sie jetzt einen Film rausgebracht und also wirklich einen Kinofilm mit, ich glaube, 70 Minuten, 71 Minuten Laufzeit. Der Zeichenstil ist sehr, sehr interessant. Das ist schon irgendwie Zeichentrick, aber ich glaube, dass er schon sehr stark auch mit Computer gearbeitet worden ist, weil das ist irgendwie so ein sehr spezieller, schöner Stil für Kinder. Und ja, den Film durfte ich mir mit meinen beiden Jungs und mit meiner Frau zusammen im Kino anschauen. Ja, ich hätte mich jetzt ernst darauf gewundert, wenn du und ein paar Kollegen von dir nur alleine vor der Kinokasse stehen und gesagt haben, Leute, ich glaube, Conny, das muss es heute sein. Ich hatte gerade von dem inneren Auge auf das Stichwort wirklich so ein Bild, so ein Plakat vor Augen mit einem gezeichneten Mädchen mit Pferdeschwanz. Kann das sein? So was in der Richtung? Ja, blonde Haare, Pferdeschwanz. Ja, ich hatte sofort dieses Gefühl, ha, diese Zielgruppe kenne ich nicht. Aber die gibt es und natürlich ist gut, dass es für diese Zielgruppe auch etwas gibt. Kannst du jetzt mal so ganz neutral sagen, was filmisch von so einem Film zu erwarten ist, wenn man jetzt nicht als Vater mit Kindern reingeht? Welche Bedürfnisse befriedigt der cineastisch? Erzählt er gut? Ja, es ist natürlich eine sehr leichte Story. Conny fährt mit, ich glaube, mit der Schulklasse oder, ja, ich glaube, nee, Kindergarten war es sogar noch, weil sie ist da scheinbar noch im Kindergarten. Mit dem Kindergarten machen die so eine Drei-Tages-Ausflug, ganz klassisch. Und die Conny hat einen Kater oder eine Katze, nee, das ist, glaube ich, Kater, Kater Mau, der sich heimlich aus dem Haus mit rausstibitzt und mit in den Bus reingeht, ohne dass Conny es merkt. Und dann macht der Kater ganz viel Quatsch an der Location, wo die hinkommen. Das ist so eine Mühle, wie so Ferien auf dem Bauernhof, muss man sich das vorstellen. Daneben ist noch eine Burg, wo sie auch nachher noch eine Burg besuchen. Und ja, der Kater macht ganz viel Quatsch und es wird immer jemand anders verdächtigt. Und ja, und irgendwann merkt Conny halt, der Kater ist auch da und muss dafür sorgen, dass das keiner mitbekommt. Und ja, also ganz seichte Story und ist wirklich reine Kinderunterhaltung. Kinderunterhaltung, du merkst halt auch vom Schnitt und von der Geschwindigkeit, vom, ich sag mal, Pacing, ist halt auch sehr langsam erzählt. Also selbst meine Jungs, glaube ich, so nach einer Stunde war dann auch gut, dass es sich langsam zum Finale hin entwickelt hat. Ist es halt kein Paw Patrol, ne? Action geladen irgendwie oder irgendwie, ja, diese anderen Geschichten. Es ist schon wirklich seichte Unterhaltung. Ich finde es aber gut, dass es das gibt. Ich finde, junge Kinozuschauer müssen noch nicht mit, ich sag mal, so viel Action oder so viel Geschwindigkeit oder so viel Aufregung überladen werden. Es sind halt Kinder, die in Kinderfilme gehen. Und insofern kann man nur sagen, gut, dass es das gibt. Und wenn es schön gemacht ist und nicht langweilt, wobei, du hast schon recht, in dem Alter sind Kinder so bei einer Stunde oder knapp darüber satt, egal wie toll es ist. Ich glaube, da merkt man, dass sie neben einem auf den Sitzen rumrutschen und egal, was gerade da vorne passiert, und jetzt irgendwann wieder raus wollen. Genau, und für mich war einfach mal wieder dieses Flair ins Kino, Popcorn. Ich habe auch mit dem Besitzer vom Kino, mit dem bin ich ganz gut befreundet, da war ich damals auch mit Hannes Bender für die Videoaufnahme. Da habe ich mich noch ein bisschen mit ihm auch unterhalten. Er war auch recht froh. Er wollte eigentlich das Kino erst wieder öffnen, wenn das Thema durch ist. Aber ja, er hat dann halt auch jetzt gemerkt, das wird länger gehen und hat sich dann halt der Situation angepasst. Also auch da gehst du mit Mundschutz rein, am Platz, wenn du dann im Kino am Platz bist, kannst du den Mundschutz abnehmen, gehst du raus, machst den Mundschutz wieder dran. Also ja, ich denke mal so, wie die meisten Kinos das aktuell machen. Eigentlich so, wie das ganze Leben im Augenblick stattfindet, ne? Ja, genau. Ja, genau, exakt. Und er ist halt auch jemand, der hatte drei verschiedene Autokinos am Laufen während der letzten Monate. Einen direkt in Soest bei Bad Sassendorf, da war ein Flughafengelände und noch zwei andere. Und ich habe ihn mal gefragt, hat sich das denn wirklich richtig rentiert? Also ist das was, was sich lohnt, sodass man das selbst nach Corona vielleicht im Sommer regelmäßig machen würde? Musste er Laden an der Stelle schon verneinen. Er hatte so eine LED-Leinwand, also nicht einfach nur eine aufgeblasene Leinwand, wo ein Beamer drauf projiziert, sondern er hatte da sogar so ein LED-Screen. Vorteil war, dass er nachmittags oder spät nachmittags eine Kindervorführung machen konnte, weil auch wenn es hell ist, war das Bild stark genug und man konnte es erkennen. Das war der Riesenvorteil. Aber in der Summe sagte er, klar, plus minus null definitiv, vielleicht ein bisschen plus, aber nicht so, dass sich dieser ganze Aufwand wirklich komplett gelohnt hätte. Aber ja gut, das war halt die einzigste Alternative, die dem übrig geblieben sind. Ja, und dann kommt noch hinzu, natürlich konnten die ja fast immer nur in Anführungsstrichen alte Kamellen zeigen. Also gut, es waren jetzt noch nicht mal zwingend die ganz alten Klassiker, wo es vielleicht auch nochmal wieder einen Markt für gäbe, sondern es waren irgendwie Filme, das perfekte Geheimnis. Also alle, die Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres oder so liefen, die kurz vor Corona liefen, die liefen dann halt da und irgendwann sind die dann auch, ja, böse gesagt durchgenudelt und dann fehlt dir halt neuer Stoff, weil es gibt auch hier ja in Essen bei uns, ein festes Autokino, was wirklich sowieso immer schon da war und ist. Da laufen halt sonst auch die richtig neuen Blockbuster wie im Kino. Und ja, das lohnt sich dann, wenn du ein so ein Kino hast, zum Beispiel in ganz NRW als Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt, dann lohnt sich sowas sicherlich. Aber ja, die sprießen oder die waren ja hier plötzlich, die sprießen ja wie Pilze aus dem Boden hier in der ganzen Region. Also das waren schon richtig, richtig viele zu der Zeit in den letzten drei Monaten. Das war für viele und nicht nur für Filmfreunde, sondern auch für Leute, die, ich sag mal, die kleine Bühne brauchen, die eine Zeit lang die Überbrückungsphase. Ja. Ich hoffe, dass wir da demnächst nicht zwingend mehr drauf angewiesen sind, wenn sich eine günstige Gelegenheit dafür ergibt. Finde ich es gar nicht so schamlos, aber ansonsten habe ich schon mitgekriegt, dass die meisten Kleinkünstler, Kabarettisten, Comedians doch schon lieber vor Menschen ohne Blechmantel auftreten. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht auch da noch eine kleine Anekdote. Ich glaube, ich habe sie auch noch nicht im Podcast erzählt. Ich war mit meiner Frau zusammen im Autokino, irgendwo bei Bochum war das. Ich weiß nicht mehr den Namen, am Kemmener See, kann das sein? Kemmenada, ja. Und ja, da trat dann unser gemeinsamer Freund, der Hennes, auf und der Ausbilder Schmidt war da und Thorsten Sträter war da und Grüße an den SBS-Podcast. Auch Geri Streberg war da, aber der mit in dem Podcast bei den beiden ist. Aber er hatte keinen Auftritt, sondern aufgetreten sind halt Sträter, Ausbilder Schmidt und Hennes Bender. Und ja, ich habe die auch im Vorfeld kurz auch mal so privat kennengelernt alle. coole Leute. Und ja, man merkte richtig, dass, also gerade Thorsten Sträter sagt halt, vor Autos spielen. Gut, das macht er jetzt mal, aber das ist halt nicht das, das Rückmeldeverhalten vom Publikum. Wenn da plötzlich nur Autos hupen oder so, kannst du halt nicht vergleichen mit Applaus oder wirklich persönlichen, dass du die persönlich siehst, die ganzen Gäste und Leute. Und lustigerweise, WDR hat auch einen Bericht gemacht und ich stand in der ersten Reihe mit unserem Autor, der hat das WDR natürlich mich interviewt in dem Moment, war ich sogar noch im Fernsehen, in der Lokalseite. Ja, ich glaube, wenn man ständig angeblinkt wird, muss man aufpassen, dass man nicht die ganze Zeit im Stinkefinger auf der Bühne steht. Ja, weil man es aus dem Verkehrspunkt gewohnt ist oder zurückhubt, wenn man eine Hupe dabei hat. Nein, es ist schon anders. Und ich glaube, als Bühnenkünstler, der ich ja zum Teil auch bin, ist der Kontakt zum Publikum, der direkte Kontakt, also nicht durch Winterscheiben oder hinter Blech, irgendwie genau das, was es zu etwas Besonderem macht, was das Live-Erlebnis wirklich prägend und für die Leute vor und auch auf der Bühne zu etwas Besonderem macht. Weil sonst kannst du auch vor Kameras auftreten, wo keine Reaktion rauskommt. Man merkt als Künstler den Unterschied sehr, sehr deutlich. Und wenn man, ich sage mal, nicht nur für Gage, sondern auch für den Lustgewinn auftritt, vermisst man es schon. Ja, absolut, glaube ich. Aber jetzt so langsam geht es, um das Stichwort von dir aufzugreifen, beginnen die Verleiher ja wieder neue Filme ins Rennen zu schicken. Also jetzt am 9. Juli kommen die ersten Neustarts wirklich wieder ins Rennen. Und Mitte Juli sind auch ein paar große Dinger schon wieder angekündigt. Der neue mit Russell Crowe, dieser Unhinged oder wie der heißt, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, der soll ja Mitte Juli jetzt starten. Und Berlin Alexanderplatz, die Neuverfilmung, wobei das keine wirkliche Neuverfilmung ist, sondern eher eine Interpretation von diesem Roman von Alfred Döblin, aber auch hoch gelobt. Ich habe bisher nur Ausstitte gesehen, keine leichte Kost, aber ich bin gespannt, werde ich mir auf jeden Fall noch reintun. Insofern, es normalisiert sich was. Von normal ist da noch ganz weit nichts zu sehen, aber es kommen wieder langsam wieder Filme, die Kinos machen peu à peu auf. Für mich ein schönes Zeichen. Ja, die AAA-Filme, also wirklich die Blockbuster wie Tenant oder so, die werden warten, bis wirklich der Film in breiter Masse gespielt werden kann, weil vorher würde das sonst ein zu hohes finanzielles Risiko sein. So diese Filme, wie du gerade auch meintest mit Russell Crowe, die haben jetzt nicht ein 200-Millionen-Euro-Budget. Die vielleicht können sich das a. leisten und b. vielleicht nutzen die sogar einige dann gerade diese Flaute am Kinomarkt und dadurch gehen vielleicht sogar dann, gerade in den Ländern, wo es schon wieder mehr möglich ist wie in Deutschland, gehen doch mehr sogar dann in diese Filme, als wenn sie gegen einen Tenant gelaufen wären. Also das ist sicher auch eine Chance in dem Moment für die. Ja, wobei die Gefahr ja besteht, dass die großen, teuren Filme, die Blockbuster, sich jetzt so ins Jahresende aufeinander schieben. Also Bonn hat sich ja sehr schnell einen Starttermin, ich glaube Ende November gesichert, um das Weihnachtsgeschäft auf jeden Fall für sich Beschlag nehmen zu können. Die müssen Geld einspielen bei dem Budget und da gibt es eben noch ein paar andere große Dinge. Also Wonder Woman 1984 wird natürlich auch keine Billigproduktion gewesen, sein Tenant natürlich nicht. Insofern kann es irgendwann mal eng werden. Und ob dann, ich sage mal, unser Filmhunger die Anzahl von Karten verkauft, die man braucht, um das alles zu refinanzieren, hoffen wir mal. Aber ich habe ein bisschen Bedenken. Ja, ich glaube ja, dass dadurch, dass die Produktionen der neuen Filme auch sich alle ein bisschen verschoben haben, gehe ich davon aus, dass wenn die Filme jetzt irgendwann langsam anrollen, die sich sogar dann weiter noch ins Jahr 2021 verschieben und damit dann automatisch dieses Loch, was ja automatisch kommt, weil jetzt gerade vielleicht nicht so viel produziert wird, um dieses Loch dann zu füllen, sodass es im Optimalfall, wenn es irgendwann wieder losgeht, jetzt nicht ein Überangebot gibt, wenn sie schlau sind. Also, dass die nicht alle noch versuchen, jetzt Ende des Jahres zu punkten. Wobei natürlich auch so ein Unternehmen wie Disney oder andere Studios natürlich auch ihre Jahreszahlen am liebsten eigentlich erreichen würden, was das ja wahrscheinlich sowieso nicht möglich ist. Das wird keiner Firma gelingen, mit Sicherheit nicht. Ja. Nicht nur in dieser Branche. Außer du hast noch einen Streamingdienst wie Disney, wie Disney, dann hast du da noch Zahlen, die du vorweisen kannst. Ich glaube, die Jahresgewinner werden Baumärkte sein, aber nicht Kinos oder die Filmindustrie. Ja. Und... Die haben ja Umsatz im ersten Halbjahr verdoppelt. Ja. Das wird zum Jahresende, wird das nicht anders aussehen. Das wird wahrscheinlich wirklich auf 300 Prozent hinauslaufen eher. Andererseits, ich denke auch, dass viele Projekte, weil die Drehzahlen sich ja durch die Maßnahmen enorm verlängert haben. Einige Schauspieler haben mir erzählt, die drehen in Deutschland, mit welchen Auflagen jetzt Dreharbeiten verbunden sind und Quarantänezeiten und spezielle Transporte der Leute zum Set hin. Und all diese Dinge verlängern natürlich die Arbeit, machen sie auch ein bisschen teurer, machen sie schwerer für diejenigen, die da arbeiten und sorgen natürlich dafür, dass die Drehzahlen länger dauern. Was bedeutet, es wird entzehrt. Also vieles, was jetzt vielleicht für die nächsten Monate vielleicht schon angedacht war, irgendwie film- und ausstrahlungsreif zu machen, wird wahrscheinlich dann doch erst Ende des Jahres oder nächstes Jahr in die Kinos oder von den Fernsehstationen ausgestrahlt werden. Genau. Und apropos Stationen oder wenn wir Richtung Fernsehen schauen, Amazon hat mal wieder zugeschlagen. Hast du es gehört, mitbekommen? Was meinst du? Sie haben eine dicke, 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 dicke Lizenz gekauft. Nee, mach mich schlau. Herr der Ringe ist bekannt. Habe ich schon mal von gehört. Genau, jetzt haben sich auch die Lizenz, also Herr der Ringe Serie produzieren ja gerade drauf, wollte ich anspielen. Aber sie haben sich jetzt die Lizenz für Fallout gesichert, die Videospielreihe Fallout, die nach einem nuklearen Krieg quasi spielt. Vielleicht schon mal von gehört. Ich kenne es, ich bin kein Gamer, aber ein bisschen was gebe ich mit. Erst recht, wenn es so dicke Brummer sind wie Fallout. Genau. Ich bin ja dann doch mehr, ach nein, das stimmt auch nicht, das ist so eine allgemeine Aussage, aber ich mag auch die etwas kleineren, feineren Sachen, die vielleicht noch nicht so richtig groß sind, wo du das Stichwort Amazon gerade geliefert hast. Ich habe endlich geschafft, den Beischläfer zu sehen. Sagt dir das was? Sagt dir Harry G. etwas? Boah, nee. Harry G., also jeder, der auf Facebook unterwegs ist oder Instagram oder ihn auf YouTube abonniert hat, das ist ein unverkennbar hörbar bayerischer Mensch. Ich tippe mal jetzt in den 30ern, Mitte so ungefähr, der episodenhaft als Harry G. irgendwelche Marotten von Mitmenschen auf die Schippe nimmt. Und das ist sehr witzig, sehr witzig. Er ist auch ein Live-Performer, der auf Tour geht mit Shows wie Harry die Erde oder ich weiß gar nicht, wie das aktuelle Programm heißt. Und der ist sozusagen dadurch groß geworden, bekannt geworden und man hat ihn als Hauptdarsteller einer Amazon-Prime-Serie gewinnen können, der Beischläfer. Und wenn du jetzt schon sagst, das müsste doch eigentlich bei YouPorn laufen. Nein, der Beischläfer ist sozusagen die interne Bezeichnung am Gericht für Leute, die sozusagen zwangsverpflichtet werden als Schöffen, weil die mehr halb pennend am Pult hängen und keinen Bock auf ihren Job haben. Und der Hauptfigur passiert genau das. Jemand, der eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hat, bekommt sozusagen diesen Einzugsbefehl. Wenn du nämlich als Schöffe bestellt wirst, musst du, da reichen normale Argumente nicht aus, um sich da rauszudrehen. Musst du fünf Jahre lang einen Ehrenrichter an Schöffen abgeben. Und ihn erwischt dieses Schicksal und er gerät an eine Richterin, natürlich eine Frau, eine gutaussehende Frau, mit der er erst mal überhaupt nicht klarkommt, weil die so ganz anders ist. Trotzdem entdecken die beiden natürlich auch gewisse Ähnlichkeiten. Und dann werden da, ich glaube, es sind die erste Staffel sechs Episoden. Einzelne Episoden, die natürlich auch miteinander verzahnt sind, eine Gesamtgeschichte erzählen. Eine Mischung aus Humor, durchaus ein bisschen augenzwinkernde Sozialkritik, aber gar nicht so im Vordergrund, aber hauptsächlich sehr charmante, erzählte, humorvolle Geschichten, die von ihren Hauptdarstellern und vor allem von Harry G., der im Originalleben eigentlich Markus Stoller heißt, er hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich mag seine Kunstfigur Harry G., weil die haut wirklich rein. Einfach mal googeln oder bei Facebook eingeben, dann könnt ihr euch Clips angucken. Der zieht richtig vom Leder, der verteilt ordentlich. Nicht ohne Selbstironie, weil sonst könnte man es vielleicht nicht immer ertragen. Und dann hatte er hier bewiesen, dass er als Schauspieler richtig was drauf hat. Der hat diese Schlitzöhrigkeit. Normalerweise brandmark ich ja Dinge mit dem Attribut bayerisch, wenn ich es eher ein bisschen runterdrücken will. Aber es gibt auch Dinge aus Bayern, Kabarettisten, Schauspieler etc., die eine besondere Klasse darstellen und auch repräsentativ für dieses Bundesland sind in ihrer Schlitzöhrigkeit. Und er gehört eindeutig dazu. Es hat mir mega Spaß gemacht. Es ist anscheinend sehr gut angelaufen von den Zahlen. Ich glaube, dass mittlerweile Amazon die zweite Staffel beschlossen hat. Insofern auch ein bisschen Vorfreude. Ja, ich habe parallel gerade mal schon mal mir das bei Prime Video rausgesucht und habe es auf die sogenannte Watchlist gesetzt. Ich schaue da mal rein. Ich setze es mal drauf und schaue es dir mit deiner Frau an. Ich glaube, das ist dafür durchaus geeignet, dass Frauen hier drin auch Figuren finden und eine Position finden, das zu sehen. Und aus vielleicht ganz anderen Gründen als wir Jungs. Es ist klasse. Es macht wirklich Spaß. Also es ist keine Action, es ist kein Science-Fiction. Es ist einfach gut erzählte, schnelle, schrille Typen. Also ja, muss man sich wirklich angucken. Sechs Folgen an 30 Minuten, sprich drei Stunden, das geht. Ich habe es mir vorletzten Sonntag vor dem Frühstück reingetan, weil der Rest irgendwie der Familie nicht zum Frühstück kommen wollte, habe ich es eingelegt und habe die ganze Staffel eben angeguckt und ich habe nicht eine Minute gerollt. Es waren die kurzweiligsten drei Stunden, die ich in letzter Zeit verbracht habe. Cool, cool, cool. Cooler Tipp von Amazon, sehr schön. Ja, wenn wir noch bei Amazon sind, wie gesagt, die Fallout-Serie. Es gibt sogar schon die Info, wer es produzieren wird. Und sagt dir Jonathan Nolan was? Nolan sagt mir was, aber Jonathan? Sag dir Jonathan nichts? Gibt es eine Verbindung? Ja, ist sein Bruder. Nein. Ich hätte es getippt, aber ich kannte ihn nicht. Okay. Hat er schon mal was gemacht, das man kennen könnte? Ja, definitiv. Also erst mal, er macht das mit seiner, ich meine, das ist seine Frau, zusammen mit der Lisa Joy und die beiden. Das klingt aber wirklich mehr nach Pornonamen. Lisa Joy, also hallo. Lisa Joy und Jonathan Nolan. Ja, es ist seine Frau. Ich habe gerade nochmal geguckt. Es ist seine Frau. Ja. Also die beiden. Ach, mich sieht lustig. Die beiden haben zuletzt, daher habe ich sie vor allem wahrgenommen, sie haben zuletzt als Produzenten bei der Serie, oder sind bei der Serie Westworld von HBO. Oh. Ist mir nicht aufgefallen. Ja, du siehst ja. Ja, obwohl du siehst es immer im Vorspann. Also die Namen, wenn du beim nächsten Mal guckst, siehst du sie. Ich bin ein Namenssieb. Ja, alles gut. Ich glaube, man hat mir einen Pass gegeben, damit ich bei Gelegenheit mal nachgucke, wie ich heiße. Ich habe wirklich namenmäßig, lieber Klaus-Dieter, kein Gedächtnis. Das ist unglaublich. Du, kein Thema. Er war, oder ich glaube auch beide zusammen, Person of Interest, habe ich jetzt nicht verfolgt gesehen, aber ich weiß, dass es die Serie gibt. Aber eben als Drehbuchautor war er vor allem sehr, sehr stark immer involviert, zusammen mit seinem Bruder. Er hat das Drehbuch mit seinem Bruder zusammengeschrieben zu Memento, Batman Begins, Prestige, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, Interstellar. Das sind so die Drehbuch-Drehbücher. Ja, also alles, was Gutes von Nolan gekommen ist in den letzten Jahrzehnten. Ja, er war auf jeden Fall immer kreativ, sehr stark mit eingebunden, zusammen mit seinem Bruder. Nur, wie du gerade schon selber gemerkt hast, er ist jetzt nicht der, der führt jetzt nicht so Regie. Er hat zwar ein paar Folgen auch bei Westworld Regie geführt, aber er ist halt vor allem bekannt als Drehbuchautor im Hintergrund bei seinem Bruder. Und jetzt zusammen halt mit seiner Frau, zuletzt in Westworld. Ja, wie gesagt, da bin ich leider nicht sehr groß drin, mir solche Sachen zu merken oder auch merken zu wollen, weil wenn ich's brauche, lese ich's nach oder frage dich. Wollte ich grad sagen, dafür hast du ja mich. Also die beiden machen jetzt dann neben Westworld, weil die haben Exklusiv-Deal mit Amazon jetzt geschlossen. Also, dass die wohl mehrere Sachen auch für Amazon produzieren. Und halt dazu zählt halt jetzt auch die neue Serie Fallout. Aber ich gehe davon aus, wenn die ungefähr so lange brauchen, wie jetzt auch mit der Herr-der-Ringe-Serie, ich vermute mal, nicht vor 22 wird die Serie wahrscheinlich wirklich released werden. Vermute ich. Ja, bei dem Aufwand, bei dem, ja, auch bei den Kosten wahrscheinlich, die damit verbunden sind, wird das kein Schnellschuss werden können. Weil man wird da wieder so viel Geld investieren und muss es ja dann wohl auch wieder reinholen. Es ist ja dann doch keine Geldverbrennungsmaschine, wenn's gut läuft. Ja, richtig. Genau. Insofern, aber ich bin dann auf jeden Fall schon mal gespannt auf den nächsten Podcast von Sträter Bender-Streeberg, weil ich bin mir sicher, dass Kollege Streberg über die Nachricht, wenn sie ihn, ich gehe davon aus, mittlerweile erreicht hat, einiges an Meinung schon sich gebildet hat. Das ist gut möglich. Ja, er ist ja ein großer Gamer und er soll ja schon mal die eine oder andere Serie gesehen haben, sagt man so. Lässt ja hin und wieder durchblicken. So, dann wollen wir doch mal schauen oder hören. Peter, was hast du denn noch Schönes gesehen? Ja, ich bin ja dabei, die Zeit zu nutzen, um Dinge nachzuarbeiten und ich habe dann festgestellt, dass anscheinend ganz viele Leute noch nicht Bösterreich kennen. Also wie Österreich mit einem B davor. Ich gehe mal einen Schritt inhaltlich zurück. Little Britain ist aber ein Begriff, ja? Auf jeden Fall, klar, ja. Also das Prinzip, dass zwei Leute ganz viele Rollen spielen in immer unterschiedlichen Episoden, die sich zwar immer wiederholen, aber dann die Marotten der Engländer und ihre Besonderheiten auf die schäbigste und unterhaltsamste Art und Weise durch den dicksten Kakao ziehen. Bösterreich geht nach dem gleichen Prinzip vor. Es gibt zwei Hauptdarsteller in dieser Ansammlung von Episoden, nämlich den Robert Palfrada und den Nikolaus Ofracek. Sind mir beide bisher eigentlich nur vom Gesicht her bekannt gewesen, sind beides hochklassige Schauspieler, die sich aber hier, ich sage es jetzt mal ganz ungeschminkt, zum Deppen machen und in die unterschiedlichsten Kostümierungen und Rollen schlüpfen und dann mit sehr, sehr, sehr bissigem Humor die österreichischen Marotten und Eigenharten nicht durch den Kakao, sondern sagen wir mal durch die Nathornlauge ziehen. Also das ist teilweise kurz vor der nicht mehr Ertragbarkeit. Trotzdem, also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist hart, es ist unglaublich witzig, es ist provokant, schwärzester Humor, sadistische Dinge dabei, bösartige Figuren und das Ganze giechig kongenial von hauptsächlich zwei Leuten gespielt und einer tollen Technik, die zum Beispiel dafür sorgt, dass man nur durch einen Kameraschwenk von zwei Figuren zu zwei anderen kommt, die von den gleichen Leuten wieder gespielt werden, nämlich von Robert und Nikolas. Also wirklich witzig gemacht, streckenweise auch die Übergänge, die Überblendungen, die Verbindungen, die zwischen diesen Episoden sind und man begegnet auch immer wieder den gleichen Figuren im Laufe dieser Staffeln. Das Ganze ist nicht brandneu, das ist anscheinend schon ein paar Jahre alt, ist auf einer, ist inzwischen in der ARD-Mediathek gelandet, lief auf One und ich bin da vor einiger Zeit drüber gestolpert. Es ist unglaublich schwer, es zu bingen, weil es so hart ist. Also dazu muss man selber eine ordentliche masochistische Ader haben, weil nach so einer Folge ist man eigentlich ganz schön geplättet. Das kann man nicht einfach immer alles so wegstecken und ich kann es auch nicht mal eben so erzählen, weil dann wirkt es eher doof. Aber wenn man es sieht, ziehen sich doch schon die ein oder andere Körpereröffnung zusammen und man lacht mit so einem merkwürdigen Gesichtsausdruck darüber. Macht aber viel Spaß, ist eine echte Empfehlung, wenn man nicht nur den 0815 Tralala Humor mit Pupsen und so weiter à la Hollywood verträgt, sondern auch mal eine richtige Breitseite braucht. Cool, cool, cool. Klingt interessant. Schau rein, einfach nur reinschauen. Und entweder zieht der Haken sich rein und du sagst, okay, ich traue mich mal, so ein paar Folgen wegzugucken in nächster Zeit oder es zieht sich bei dir der Hals zu und du sagst, nee, das ist nichts für mich. Also die gehen keine Kompromisse ein. Finde ich wirklich bewundernswert. Zumal es ja anscheinend auch, wenn auch in Österreich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk produziert wurde. Und irgendwie haben die was Magnetisches, die Jungs. Die sind nicht schön, die geben sich nicht schön, die geben sich auch nicht eitel, außer die Rolle verlangt ist, aber dann volle Pulle. Aber ich will jetzt gar nicht, ich könnte jetzt tausend kleine Dinge zitieren, aber ich würde es nicht besser machen damit. Einfach sich den Ruck geben und sagen, Bösterreich, da schaue ich mal rein. Und dann entscheide ich selber, ob der Kerl, der das mir empfohlen hat, Recht hat oder völlig einen Stuss erzählt. Ich behaupte, ich habe Recht. Okay, cool. Dann habe ich auch eine Serienempfehlung. Jetzt bleibe ich auch mal kurz bei Amazon, weil du gerade auch bei Amazon bist oder warst. Ich spreche in dem Falle klassischerweise von einer Serie aus den Staaten und zwar von der Serie Upload. Schon mal gehört, gesehen? Dass der Begriff mir was sagt, hat ja nichts mit der Serie zu tun. Nee, Upload. Genau, wahrscheinlich. Kennst du das auch? Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name, irgendwie kommt mir da was bekannt vor. Da habe ich doch mal letztens, stand in so einem Fenster bei mir auf dem Rechner. Upload. Nein, Spaß beiseite. Die Serie kenne ich nicht. Okay, weil im Prinzipiell machen die, oder ist das schon immer sehr prominent beworben bei Amazon. Es ist eine Serie von dem guten Greg Daniels, der bekannt worden ist durch Sudden Night Live, zuletzt Parks and Recreation, aber halt auch die aktuelle Serie, die aber wiederum bei Netflix läuft, nämlich Space Force mit Steve Carell. Und dieser Greg Daniels hat parallel zu der Netflix-Serie Space Force diese Serie Upload entwickelt und die Idee dazu gehabt und halt auch produziert. Upload spielt im Jahre 2033. Ja, das ist ja schon ein bisschen in der Zukunft. Du hast die Möglichkeit, kurz bevor du stirbst, dein Bewusstsein oder deine Seele, dein Gehirn, was du bist, hochzuladen in eine virtuelle Welt und quasi dort für ewig zu leben. Und wir sehen die ganze Serie oder sind beim Hauptdarsteller beziehungsweise an dem Hauptcharakter Nathan Brown, der trotz selbstfahrenden Autos einen Autounfall hat, was auch sehr merkwürdig ist, was auch eine Handlung in der Serie beinhaltet, ob er vielleicht nicht einfach nur gestorben ist, sondern vielleicht ja auch, ja, ich sag's mal so, umgebracht worden ist, oder? Halt gestorben worden ist, richtig. Seine Freundin drängt ihn dann im Krankenhaus, obwohl er gefühlt gar nicht, gar nicht jetzt in Kürze sterben müsste, drängt ihn darauf hin, das Risiko nicht einzugehen in eine Operation, sondern sich direkt hochladen zu lassen. Ja, gesagt, getan, er lässt sich überreden, unterschreibt was und der Hochladeprozess sieht dann so aus, dass der Kopf quasi einmal abgetrennt wird und also auch sehr derber Humor zum Teil. Und in dieser virtuellen Welt, wo er sich dann wieder befindet, das ist so, das sieht aus wie so ein großes Luxushotel, so ein altes Gebäude an einem See, also das sieht auch richtig schön aus, so richtig schön, weil es ist ja virtuell, ne, und dann gibt's halt auch in dieser Welt gibt es In-App-Käufe, also wenn er da irgendwas kaufen will, muss er dann direkt was bezahlen, das wird dann eingeblendet und der Clou ist, oder es gibt halt von dieser virtuellen Welt einen Kundenservice, einen Mitarbeiter, immer einen Mitarbeiter, die bei Fragen immer zur Verfügung stehen und er hat halt auch einen, so wie er es nennt, oder die nennen sich die Engel, einen Engel, eine Dame, die Nora und ja, der Nora kommt ja halt auch während der Serie näher und sie lernen sich besser kennen und vielleicht auch lieben und ja, es ist, die ganze Serie spielt mit so vielen Gags, so aus dieser virtuellen Welt und und auch man, man soll dann seinen Engel bewerten und dann zieht er dann halt auch so über seinem Kopf so fünf Sterne mit dem Finger hoch, so fünf Sterne Bewertung und solche Geschichten also er spielt extrem viel mit diesen ganzen virtuellen Sachen, die es so aktuell gibt oder was heißt virtuellen oder die ganzen ja, Internet-Sachen und so weiter und ist eine Comedy-Serie 24, 25 Minuten oder eine halbe Stunde ungefähr pro Folge schätze ich, zehn Folgen in der ersten Staffel ähm, ja, kann ich echt empfehlen, mein Humor ist es, vor allem man lernt die, was auch so typisch ist ähm, von Greg Daniels, dass die Charaktere über die Folgen immer mehr äh, kennen und lieben und, äh, kann sich da gut reinversetzen in die Charaktere und, ja, ist eine richtig coole Comedy, macht echt Spaß, kann ich dir nur empfehlen. Klingt wirklich super interessant und wenn es mit dem richtig Humor gewürzt ist, dafür spricht ja wohl die Urheberschaft, sag doch mal schnell, wo es läuft. Ja, bei Amazon, Amazon Prime Video, für alle Prime Video Kunden kostenfrei dann anzuschauen. Schön, also ich werde es machen, schon notiert, Upload. Genau. Hoffe ich, denke ich daran, welchen Zettel finde und frage mich, was wollte ich verdammt nochmal uploaden. Nein, ich werde mich erinnern. Ja, im Zweifel schicke ich dir nochmal, äh, hier nochmal so einen Link oder so. Ein Upload. Ich lade dir das mal ab, ja genau. Ihr habt auch gute Kritiken bekommen, sehe ich hier gerade, also ist eine richtig, richtig coole Serie. Cool. Okay. Dann, ähm, hast du noch was? Im, also generell im Serien- oder Filmbereich beim Streaming? Nicht zwingend. Ich glaube, oder ich freue mich darüber, dass wir, glaube ich, mal nochmal eine Zeitreise machen, oder? Wir machen noch eine Zeitreise, doch bevor wir diese Zeitreise machen, der Aktualität geschuldet, möchte ich noch über eine Serie auf jeden Fall sprechen. Ach so, ja. Da gehen wir jetzt ins andere Lager quasi, nämlich zu Netflix. Und, ähm, Netflix hat eine Serie, ich glaube, vor anderthalb oder vor einem Jahr, ich weiß es gar nicht, oder vor zwei Jahren, rausgebracht mit der ersten Staffel nach Dark, einer der wenigen oder der ersten, ich glaube, das war dann quasi die zweite, wenn ich mich nicht ganz irre, zweite Serie, deutsche Serie auf Netflix, nämlich How to Sell Drugs Online, in Klammern fast. Ähm, erst mal meine Frage, hast du jemals davon gehört? Hast du die erste Staffel vielleicht sogar gesehen? Oder wie ist dein Stand bei der Serie? Ähm, ähm, mein Stand ist, ich halte mich von Drogen fern und, äh, auch von der Serie habe ich bisher leider noch nichts gehört, glaube ich. Ja, sehr gut, okay. Also, ähm, ich fange mal vorne an, damit du so ein bisschen verstehst, warum, warum, ähm, ich die Serie so zu schätzen weiß. Erstmal, ähm, ganz cool, ich hatte den, äh, Kollegen, Stefan Tietze bei mir schon in der Sendung vor, vom halben, dreiviertel Jahr, oder, ja, vom dreiviertel Jahr, schätze ich, und er ist einer der Schreiber der Serie und, ähm, er ist halt selber auch ein Nerd, Star Wars Fan und also auch, macht auch einen Film, oder macht einen Podcast über, über Star Wars und 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 der Stefan Tietze schreibt halt mit hier bei dieser Serie und, ähm, vielleicht ein Beispiel, ähm, in der ersten Folge zum Beispiel, die spielen halt auch gerne so mit diesen typischen Netflix-Funktionalitäten, dass du den Vorspann überspringen kannst und so und dann machen die so ein Erklärvideo zum Beispiel über Drogen und da kannst du dann, ähm, den, den, den Part kannst du dann überspringen als Beispiel. Ähm, also sehr viel auch Meta-Witze und, ähm, ähm, aber prinzipiell geht's darum, ähm, Moment, damit ich die Namen richtig auss, oder die richtigen Namen, äh, nochmal hier, ähm, auf dem Schirm habe, hol ich mir nochmal eben kurz die, den Cast hier rein, so, genau, ähm, genau, es geht um den Hauptcharakter Moritz Zimmermann, der so ein bisschen wie bei The Office am Anfang so ein bisschen, also man sieht ihn auf dem Stuhl sitzen und er gibt grad ein Interview und versucht ihm in dem Interview zu erklären, wie er denn diese Millionen gemacht hat und jetzt so, so ein reicher Businessmann geworden ist. Und dann geht eigentlich die eigentliche Story aber los, dass es halt dann natürlich deutlich davor ansetzt und man sieht, wie er, äh, mit, mit, mit seinem Freund zusammen, der im Rollstuhl sitzt, ähm, so ein, ja, eine Webseite baut und halt das alles so verschlüsselt, dass es auch nicht nachverfolgt werden kann, wo er halt, wo drüber er dann halt quasi Drogen verkaufen kann. Und ja, in der ersten Staffel spielt zum Beispiel auch Bjarne Mädel mit als Dealer Bubba, also auch eine sehr coole Rolle, ähm, und es lebt halt extrem viel vom Witz, ne, es ist natürlich schon vielleicht gefühlt eher eine jüngere Zielgruppe, ähm, oder Jugendliche vor allem, aber, ähm, mir hat es trotzdem sehr, sehr gut gefallen, ähm, der Arne Feldhusen, der auch den Tatortreiniger zum Beispiel, äh, gemacht hat, der hat dort auch in, in den, in den Folge 4 bis 6, sehe ich gerade, hat er Regie geführt, also, ähm, ja, ansonsten eine coole Serie mit sehr viel Witz und was sie sehr viel machen und auch jetzt in der zweiten Staffel, wo ich jetzt drauf hinaus will, weil ich die zweite Staffel schon vorab sehen konnte, die zweite Staffel startet übrigens am 21. Juli, ähm, auf Netflix und wieder mit sechs Folgen, ah, circa eine halbe Stunde und auch in der zweiten Staffel wird auch sehr viel immer das Handy eingebunden, also du siehst, wenn die zum Beispiel Handy tippen, siehst du dann rechts neben der Figur das, was er gerade tippt oder so, das wird dann wirklich ins Bild mit integriert, wenn er irgendwas schreibt oder postet oder, weißt du, diese ganzen Elemente werden auch mit in der, mit hineingebracht, ne, und, ja, es ist so ein bisschen natürlich auch Coming of Age, weil die älter werden und sich entwickeln und, äh, eigentlich nur auf die Schule gehen, geht auch ein bisschen mal mit Liebe, aber der Kern ist natürlich, ähm, zu sehen, wie die Jungs, da versuchen, ihr Imperium aufzubauen und in der zweiten Staffel, ähm, sieht man mehr, wie sie versuchen, das Ganze zu erweitern, das heißt, sie versuchen, ähm, zu expandieren, dazu geht, äh, fährt Moritz mal nach Holland und spricht mit holländischen Investoren oder holländischen, ähm, Kollegen, die ihm dort unterstützen oder, äh, gerne helfen wollen, das Ganze zu erweitern und, äh, ja, noch größer zu werden und noch mehr Geld zu verdienen und, äh, ja, da geht's halt in der zweiten Staffel, wie gesagt, weiter, ähm, thematisch und man sieht halt, ähm, mehr und mehr, was sie mit dem Geld machen, was sie zu, am Anfang oder was sie dann nach der ersten Staffel verdient haben und, äh, wie sie, wie sich das weiterentwickelt, ne, viele Bitcoins, Geschichten und solche Thema, äh, Thema, Themas, Themen, 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 Einfach Themen. Genau, einfach Themen und diese Themen werden dort behandelt und in der zweiten Staffel dann halt weiterentwickelt. Und, ich glaube, der Stefan, das sieht man auch schon ein bisschen im Trailer, hat, äh, sehr viel Taken gesehen oder so, denn, äh, am Ende der ersten Staffel wird, äh, aus Versehen, in Anführungsstrichen, wird Bjarne Mädel, äh, oder der stirbt und seine albanische Familie, nenne ich's mal, kommt zurück und will natürlich aufklären, warum denn ihr lieber, äh, Bruder, Mann, Vater, was auch immer, ähm, warum der denn gestorben ist oder warum er laut Video scheinbar sich selber erschossen hat und die Jungs, wie gesagt, haben da schon was mit zu tun, aber die haben ihn jetzt nicht, äh, kaltblütig umgebracht, aber, ja, also die, 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 die Story-Element, so ähnlich wie bei Taken, dass dann die, die, die Familie kommt und Rache schwört, hast du auch so ein bisschen hier mit drin in der zweiten Staffel und, ähm. Haben halt vergessen, ihn am Leben zu lassen, kann ja mal passieren. Ja. Also deswegen, zweite Staffel schließt quasi lückenlos da an und geht, geht genauso vom Humorfaktor und von den Ideen her an der Stelle weiter und, ähm, macht, ähm, wieder sehr viel Spaß und ich finde den, den Hauptdarsteller, gerade den, der Maximilian Mund, der den Moritz Zimmermann spricht, der hat so, der hat auch so eine gefühlt, ich weiß nicht, ob man das Afro nennt, aber der hat so eine, ja so ein, so ein sehr wallendes oder, ja so ein Afro-like, äh, Haar und, ähm, ja, ich finde, der hat was, der hat so ein, der hat eine sehr spezielle Ausstrahlung und, ähm, ja, gefällt mir dadurch gut. Also, mein zweiter Tipp und gerade, weil jetzt die zweite Staffel in den Startlöchern steht, ist, how to sell drugs online fast. Okay, dann schiebe ich auch noch eine winzige Kleinigkeit hinterher, Conny Plank, sagt dir das was, als, ich sag jetzt mal aus meiner Sicht, jüngerer Mensch, Musikproduzent, der in den 70er und 80er Jahren, ähm, international die Musikszene durch seine Arbeit mit Bands von, ja, ich sag mal, Eurythmics bis, ähm, ähm, Ken oder Scorpions oder nicht nur Rock, sondern auch wirklich viel Popmusik maßgeblich geprägt hat. Der Mann hat, äh, im Bergischen Land, er war im kleinen, Dein ist mein ganzes Herz. Das kann, ja, das ist auch von ihm. Auch, ja, nicht von ihm, auch produziert, aber Conny Plank, ein international gefragter Produzent, also bei dem haben wir Rapper, Hardrocker, äh, produziert, es ist, er hat sich stilistisch nie festgelegt, Alter Vox hat bei ihm auch produziert, äh, er hat aber maßgeblich die Musik der 70er Jahre geprägt, der frühen 80er auch, und dann ist er leider sehr jung an Krebs verstorben. Es gibt in der ARD-Mediathek, na, schon mal wieder Werbung für die GEZ-Gebühren, die ja nicht mehr so heißen, aber da gibt es eine Dokumentation. Das haben wir ja alle. Ja, eben, deshalb sollte man es auch nutzen. Gibt es eine, eine Dokumentation, Conny Plank, mein Vater, der Klangvisionär, ist vielleicht nicht der schmissigste Titel, aber wer ein bisschen was über die Musik dieser Zeit erfahren will und über jemanden, der sie wirklich so maßgeblich gestaltet hat, was war das für ein Mensch? Wie haben den, da sind Interviews drin mit, mit richtig, richtig tollen Leuten aus der Musikszene und Musiker und andere Produzenten. Da sollte man mal reinschauen. Das ist ein Fest für alle, deren musikalische Wurzeln, ich sag mal so, in den 70er, 80ern verwurzelt sind. Denn was, ich sag's mal, als Mensch, der vor kurzem Geburtstag hatte, ich sage nicht wie alt, die 90er leben von den 80ern und die von den 70ern. Ach, die 60er interessieren mich eigentlich gar nicht. Aber auch die haben ihre Wurzeln gehabt. Nein, aber die 70er, 80er sind schon so prägend für das, was dann nachgekommen ist und für vieles, was bis heute Bestand hat am Musikstilen, weil er hat doch durchaus am Hip-Hop mitgeschraubt. Und dieser Mann war echt eine Erscheinung, wirklich. Also, wie der gearbeitet hat alleine. Oder wenn man überhaupt nochmal wissen will, was macht so ein Musikproduzent eigentlich? Sagt ja der Band, was sie tun soll? Nicht unbedingt, wenn er gut ist. Aber wo liegt sein Einfluss und wie übt er ihn aus? In dem Film, Conny Plank, mein Vater, der Klangvisionär, der Titel deutet es an, produziert und gemacht von seinem Sohn, der sozusagen auch so ein bisschen seine eigene Geschichte aufarbeitet, weil sein Sohn, Quatsch, sein Vater, doch relativ früh verstorben ist, als er noch relativ jung war. und er begegnet sozusagen dessen ehemaligen Klienten, Arbeitskollegen und besucht sie und interviewt sie und es ist teilweise rührend, was da in den Begegnungen so passiert. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Wer da einen Hook findet, sollte sich, ja? Bitte? Also ist das auch so deine Musikrichtung oder hat das damit gar nichts zu tun? Doch, doch, durchaus. Wie gesagt, meine Zeiten, in denen ich Haare geschüttelt habe, als ich noch welche hatte, waren eben in den 70ern und 80ern und da bin ich halt wirklich verhaftet, wobei, ich sagte schon, Conny Plank steht nicht für einen Stil und da fühle ich mich auch sehr doll repräsentiert, weil er meinen Geschmack teilt und der reicht bekanntlicherweise, ich selber spiele an der Oper auch mit, ich war in Hunderten von Heavy-Metal-Konzerten, aber ich habe auch Odo Jürgens Konzerte besucht und das genossen. Also wenn es gut ist, ist es gut. Und wenn es, es muss einem natürlich auch gefallen, es ist auch viel Subjektivität dabei, es gebe ich ja gerne zu, aber es gibt auch objektive Kriterien, die Qualität ausmachen und die haben selten was mit dem Genre zu tun und wenn man die Freiheit besitzt, wird man sehr viel Gutes finden und sich nicht nur in den selbstgesteckten Grenzen bewegen, weil man sagt, ich höre mir das nicht an oder das prinzipiell nicht oder den nicht. Nee, man muss zwar seine Regeln und seine Vorlieben kennen und trotzdem eine gewisse Offenheit haben, um zu entdecken, dass diese Grenzen nicht allverbindlich sind, sondern auch dahinter manchmal Dinge passieren, wo man einfach noch sagen muss, Respekt, das hat Eier, das hat Herz, das hat Seele. Da kann ich verstehen, dass man es geil findet. Vielleicht kommt es bei mir nicht so an, aber manchmal entzündet sich da auch was, wenn man sich damit beschäftigt. Ja, sehr schön. Klingt spannend. Das schreibe ich mir auch mal auf die Liste. Warum nicht? Ich habe auch zuletzt auch häufiger mal die ein oder andere Dokumentation geguckt. Ich bin ein großer Doku-Fan, muss ich zugeben. Und wenn sie gut gemacht sind, ziehe ich da eine gute Doku einem durchschnittlichen Feature-Film, weil so viele Gucker wie wir, die sind ja auch leicht gelangweilt, wenn die Themen nicht wirklich gut variiert werden, weil viele Themen gibt es ja nicht. Die Leute haben Angst um Leben und es geht um ein gutes Leben mit viel Geld und es geht manchmal auch ein bisschen darum, an jemanden, der was Böses getan hat, sich zu rächen, aber dann ist doch thematisch fast alles abgegrast. Oder? Ja. Dann geht es doch irgendwie darum, was mache ich aus dem Set? Also das ist wie ein Kartenspiel, die Karten stehen fest, aber was spiele ich damit? Und wenn es gut gemacht ist, toll, wenn es mittelmäßig ist, das Spiel und seine Regeln, dann gucke ich mir lieber eine Doku an und sage, toll, dass ich diesem Menschen und seinen Gedanken und seiner Idee folgen konnte. Jemand mit der Idee eine Dokumentation zu machen, der möchte ja irgendwas nachvollziehen. Irgendeine Situation, irgendeine Menschen, irgendeine Landschaft, irgendeine Idee. Man ist ja auf der Suche bei einer Dokumentation und da ist so eine Suche häufig sehr spannend. Es gibt auch beschissene Dokumentationen, natürlich, aber dann entscheiden wir uns einfach für das Gute, egal woher es kommt. Absolut. Mir fällt da gerade nämlich ein, ich habe zuletzt mir auch eine Doku über einen Künstler angeschaut. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Kennst du Wyatt L. Jankowitsch? Natürlich, hallo. Der Mann war eine Zeit lang wirklich omnipräsent, weil der hat verarscht, was populär war. Ja, total. Und ich habe wirklich YouTube auch nochmal jetzt rauf und runter mir seine Klassiker angeschaut. Edith? Vielleicht nochmal zu erwähnen, natürlich aus den Edith, genau, also die Michael-Jackson-Parodien aus den 80ern. Edith und Fat, nicht Bad, sondern Fat. Natürlich. Richtig, das ist ein Klassiker und 99 finde ich auch immer noch genial. Heißt The Saga Begins, wo er so Ewan McGregor alias hier den Obi-Wan Kenobi nachmacht und auf American Pie eine Star-Wars-Parodie singt, auch sehr zu empfehlen. Und natürlich auch nicht Gangsters Paradise, sondern Amish Paradise. Das sind so die Klassiker gerade so aus den 80ern. Den kann ich noch nicht, aber leider reißt mich vom Sessel. Du kennst Amish Paradise nicht? Nein! Da musst du dir das Video angucken. Das ist super gut, super lustig. Amish Paradise. Aber ich habe auch zuletzt jetzt auch, weil ich ihn, oder kennst du den Film UHF? Ja, natürlich. Ist auch schon ein paar Tage her. Genau. Aber ich habe ihn jetzt nicht jedes Jahr gesehen. Den habe ich mir auch jetzt noch mal angeschaut. Da gab es einen Blu-ray-Release mittlerweile. Da gibt es halt so viele schöne Parodien, wie Gandhi 2. Diesmal nimmt er es persönlich, wo er da so nur am Kämpfen ist. Oder Conan, der Bibliothekar. Und so viele herrliche Sachen sind da drin. Der drastische Humor hat mich immer ein bisschen an diese Zucker-Zucker-Filme erinnert. Ja, total. Kanone oder Kentucky Fried. Und das sind so Sachen, da habe ich schon mal Spaß dran. Ja. Genau. Und der liebe Mann ist ja immer noch aktiv. Der hat auch zu Happy jetzt mal, I'm so happy, hat halt auch eine Parodie gemacht. Also er macht immer noch solche Sachen. Sieht mittlerweile ein bisschen anders aus, wie jetzt in den 80ern. Aber da gab es so viele, oder I Love Rocky Road oder so, oder so viele coole Parodien. Und den mochte ich halt so, oder mag ich immer noch sehr gerne. Und da habe ich mir halt auch in meiner Dokumentation angeschaut, wo so ein bisschen seine Kindheit, Jugend und der Werdegang von ihm sogar erklärt worden ist. War ich überrascht, dass es dazu eine Doku gibt, aber selbst die fand ich halt recht spannend. Ja, ich sage ja, gute Dokus haben was. Das ist toll. Also man muss natürlich Neugierde haben auf Leute. Und dann ist eine Doku über so einen Künstler schon eine tolle Sache, wenn man was Neues erfährt. Ein bisschen was Privates vielleicht. Genau, genau, genau. Also wie gesagt, ich werde dir mal das Video auf jeden Fall zu, also Amish Paradise musst du sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass du dich da vorher weglacht. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es mir ein sanftes Lächeln entlockt ist. Mal sehen. Gehe ich von aus. Ja. Wie kam ich darauf? Ach so, wegen der Doku. Wegen der Doku, genau. Und wie gesagt, Wajet Eljenkowitsch, das finde ich mit einer der besten Parodien, neben Zucker, Zucker, solche Sachen halt, ist super. Das wollte ich nur noch mal hier festhalten. Und ORF, ja, es ist speziell, aber für Kinder der Zeit macht das immer noch Spaß, sich anzuschauen. Ja, gut. So schlecht ist er, glaube ich, nicht gealtert, aber man merkt ihn sein Alter natürlich an. Ja, deutlich. Okay, da sind wir schon fast beim Thema, denn wir reisen durch die Zeit und wir waren gerade in den 80ern und das ist genau der richtige Bereich. Zeitreise. Denn wir gehen mal ins Jahr 88. Ja? Und im Jahre 88 schauen wir uns jetzt mal die Kinocharts an und ja, wir machen es wieder so, dass wir die Top 20 uns wirklich jeden kurz einmal anschauen. Ich habe nur gerade auch hier schon mal einen Blick geworfen und fand doch überraschend weit hinten von Paul Verhöfen auf der 38 Ja, weiß ich Robocop oder Paul Verhöfen, Paul, Paul. Ja, ist Niederländer und wahrscheinlich spricht man in Amerika einfach wirklich Paul Verhöfen, aber als Niederländer Paul Verhöfen, zumal er ja dann in Amerika gearbeitet hat. Ich glaube, er ist wieder zurückgegangen nach ein paar Filmen, wenn ich mich recht erinnere, aber ich bin auch nicht sein Bibliotheker. Das könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. Und auf Platz 24 leider nicht in die Top 20 geschafft, was mich wundert, aber vielleicht, wenn er Weihnachten erschienen ist, ging der vielleicht noch ins nächste Jahr. Die Geister, die Rie von Richard Donner, der Kult-Weihnachtsfilm mit... Bill Murray. Bill Murray, genau. Eigentlich die Weihnachtsgeschichte mit Bill Murray halt so. Exakt, exakt, genau. Dann gehen wir in die Top 20, auf Platz 20. Da muss ich zum Teil auch immer noch mal kurz schauen und dich erst mal fragen, ob du ihn kennst. Nuts. Barbra Streisand? Das meine ich, oder? Ist richtig? Da bin ich immer... Ja, ist richtig. Ich bin echt immer beeindruckt, dass du die Dinger da aus der Zeit echt noch so gut drauf hast. Mich hat es da auch schon gegeben. Ich habe den Film aber, glaube ich, nicht mehr wirklich in Erinnerung. Weil so alt, wie ich damals eben nicht war, hat mich das nicht wirklich interessiert. Aber es ging um eine Frau, die aufgrund ihrer... Callgirl. Ja, die aufgrund ihrer... Ich nenne es jetzt mal auch Eigenständigkeit und Besonderheit für bekloppt gehalten wurde und dagegen sich erwehren musste. Es war ein bisschen, glaube ich, ein Sozialdrama, das sich da abgespielt hat. Okay, ja. Gut. Also kann ich gar nichts zu sagen. Habe ich nie gesehen und nie nachgeholt. Ganz im Gegenteil zu Platz 19. Der englische Titel müsste ich selber nachschauen, aber Nummer 5 gibt nicht auf. Das ist... Ach, genau. Short Circuit heißt der im Original und das ist der zweite Teil. Also das ist der zweite Nummer 5-Film mit diesem Roboter. Richtig. Was soll man dazu sagen? Es war Kinder-Sci-Fi, ne? Aber lief gut. Ja, genau. Natürlich. Hatte auch einen FSK ab 6, sehe ich gerade. Und ist ein typischer Kinderfilm, gebe ich dir auch recht. Ich kann mich an den zweiten gar nicht mehr so im Detail daran erinnern. Der erste, der war irgendwie... Der ist noch ein bisschen präsenter im Kopf, aber... Ja, so ein bisschen Spielberg-Touch hatte ich immer das Gefühl. Obwohl er, ich glaube, da so einen Film nicht mit drin hatte, aber es wirkte immer so. Zu der Zeit waren fast alle Filme, wenn man mal vom Weißen Hai absieht, immer auch so eine kindliche Perspektive, was ich auch in der Kameraarbeit und in der Art des Schnittes wiederfand. Nämlich die neugierige Beobachtung, wie aus Kinderaugen. Und das hat so ein bisschen den Stil von Spielberg in diesen Jahren, finde ich, ausgedrückt. Und diese Filme, so wie Nummer 5, die wirkten auf mich, als wenn die sich daran orientiert hätten. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung dazu. Ja, und mich hat es immer so ein bisschen an die alten Filme wie E.T. auch erinnert, nur mit dem Roboter irgendwie gefühlt. Ich weiß nicht, ob die Elemente, Story-Elemente ähnlich waren, ne? Ja, natürlich, wenn du so einen unmenschlichen Freund hast, aber zudem du Emotionen aufbaust und andere das erstmal gar nicht nachvollziehen können, dass du dir deine Freunde nicht aussuchst, ob sie Mensch sind oder nicht. Also das ist ja dieser rote Faden zwischen beiden Filmen. Gut, kommen wir fast zu einem Running Gag, würde ich fast sagen, gefühlt in jeder Highscore-Liste der 80er-Jahre. Auch hier wieder, jetzt aber nicht so weit vorne wie die Jahre davor. Police Academy 5, Auftrag Miami Beach. Ich kann die ehrlich nicht mehr auseinanderhalten. Ich glaube, ich habe auch nur ihren Zweiten davon gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe sie gemocht, ja, aber so richtig heiß war ich nicht drauf und ich glaube, mehr als den Titel braucht man nicht, um zu wissen, was da passiert ist. Oder? Ja, ich kann mich noch daran erinnern, ich meine, also das Besondere an dem Teil war, dass die ganzen Polizisten nach Miami Beach gegangen sind, um da, ich glaube, irgendwas zu feiern, ich glaube, der Lassar wird da irgendwie geerrt und deswegen sind die alle mit da hingegangen und erleben dann da am Strand und so, auch so ein paar Sachen und irgendwo gibt es da auch, glaube ich, noch eine Verschwörung oder Anschlag, frag mich nicht mehr. Irgendeinen Gangster gibt es da auf jeden Fall auch und ja, ich kann mich noch an den Film dran erinnern, weil Steven Guttenberg taucht hier erstmals nicht mehr auf. Das war halt schon ein Schnitt, weil das ja schon so ein bisschen so die Hauptfigur war, aber Harris war wieder da, hier der, dieser, ja, der sehr beliebte Polizeichef da, Harris. Ach, die, der war das? Genau, der war zum, ich glaube, weil er bei 4 oder so nicht dabei war oder Teil 3, jetzt ist er auf jeden Fall auch wieder dabei gewesen und ja, Police Academy 5, ich glaube, da müssen wir gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Und 16. Genau, noch davor, vor all den Filmen, die wir gerade besprochen schon haben, auf Platz, warte, das war gerade, jetzt schon Platz 17, kommen wir zu einem deutschen Film. Auch ein zweiter Teil, Zärtliche Chaoten 2. Noch so ein blindes Loch in meinem Leben. Natürlich weiß ich, wer auf den Plakaten war und was es prima dauernd war, aber man hätte mich früher nicht für Geld in diesen Film reingekriegt. Ernsthaft. Das war so ein bisschen die, ja? Nee, also ich, keine, keine Lust, sowas zu gucken, ist untertrieben. Es gab sogar eine gewisse Abneigung von meiner Seite zu der Zeit. Also meine Offenheit habe ich mir hart erarbeitet und selbst heute wäre es rein akademisches Interesse oder Berufsethos, sowas mal nachzuholen. Und zum Glück gibt es genügend andere Sachen, die ich da vorher machen kann. Ja, es ist halt typisch deutscher Klamauk aus der Zeit, nachdem Thomas Gottschalk ja nicht mehr mit Mike Krüger zusammen die Filme gemacht hat, hat er hier dann zusammen mit Helmut Fischer und auch von Police Academy bekannt Michael Winslow halt mit den zärtlichen Cousinen gespielt. Und ja, hier in dem Teil gab es sogar, sehe ich gerade, einen Gastauftritt von The One and Only David Hasselhoff. Mauerfall noch. Ja, er war uns immer sehr verbunden, der gute Hoff. Ja, don't hassle the Hoff. So, jetzt kommen wir zu einem Film von John McTierman, da kannst du sicherlich was zu sagen, nämlich Wall Street. John McTierman? Wall Street? Jetzt mal ernsthaft. Oder bin ich jetzt gerade verrutscht? mir fällt gerade auch ein. von Oliver Stone. Also jetzt Stimmt, sorry. Da hast du gerade zwei Zeilen vertauscht. Ja, die Zeilen sind hier soweit auseinander. Sorry. Ja, es steht auch hier. Alles gut. Mein Fehler, Oliver Stone natürlich. Oliver Stone, ja. Ja. Ist ein Film, der die 80er Jahre wie kaum ein anderer aus dem Mainstream-Kino auf den Punkt bringt. Nämlich Materialismus anhand von Filmcharakteren exemplarisch vorgeführt an dem Ort, an dem Kapitalismus seine größte Blüte, nämlich an der Wall Street, treibt. Und Gordon, nee, Gordon Gekko? Nein, wie hieß er nochmal, der von Michael Douglas gespielte, die Hauptfigur? Doch, Gordon Gekko. Gordon Gekko. Hab ich noch richtig in Erinnerung. Ist eigentlich zu einem feststehenden Begriff in der Filmwelt geworden. als der fleischgewordene Ergumane. Und ich muss schon sagen, schön war der nicht, weil der wirklich die finsterste Seite unserer Gesellschaft zeigt. Und Oliver Stone als gesellschaftskritischen Autor und Regisseur, der die amerikanische Geschichte vor allem auf die Hörner genommen hat, einer seiner besten Filme. Ja, absolut. Und zusammen mit Charlie Sheen, Michael Douglas hast du schon erwähnt und Martin Sheen halt auch ein Top-Cast. Und auch für Mike Douglas ein Klassiker, also Wall Street, ja. Davon mal abgesehen, dass auch Herr Douglas dafür den Oscar bekommen hat für diese Rolle. Ja. Zurecht. Also die Fortsetzung habe ich, ja absolut, und die Fortsetzung habe ich nie gesehen von 2010, ihr Geld schläft nicht, aber es ist eine rechte Fortsetzung, er ist auch gut, aber es gibt Dinge, die man eigentlich nicht fortsetzen kann und was Neues an Erkenntnis gewinnt, weil das System, das er da beleuchtet, ist das gleiche geblieben, es sind Randerscheinungen oder Fassaden, die sich daran verändert haben, im Prinzip hat er den gleichen Film nochmal gemacht in einer chronologischen Fortsetzung, weil die Aussage bleibt letztendlich die gleiche, wenn es nur um Geld geht, geht es um nichts anderes. Ich meine, es war toll, dass Michael Douglas diese Figur sichtbar älter, sichtbar später noch so drauf hat und so, er heuchelt ja am Anfang der Fortsetzung, dass er so ist, wie er ist, er heuchelt ja vor, dass er jetzt neuer Mensch ist und daraus gelernt hat, aus dem, was er da angerichtet hat, aber das Tier in ihm bleibt das Tier in ihm und er ist nachher das, wofür wir ihn eigentlich hassen und irgendwie freuen wir uns dann darüber, dass er sich zu sich selbst wiederfindet, also völlig schizophren beim Zuschauen, also ich wusste nachher wirklich nicht, soll ich ihn dafür hassen, dass er das ist, was er ist oder soll ich ihn dafür feiern, weil er seine Identität wiedergefunden hat, also ein bisschen depriviert man schon dabei, das hat so unheilbar ist. Ja. Jetzt kommen wir aber zu den lieben Regisseuren, den ich gerade schon erwähnt habe, nämlich John McTierman, da ist glaube ich auch recht einfach, welcher Film das sein könnte, ne, 88. Ja, wenn es der bekannteste ist, dann hat es was mit Bruce Willis zu tun, oder war es... Ja, du bist einer sehr heißen Spur, du bist auf einer sehr heißen Spur. Das war so nicht der mit Gina Davis, den er... Nein, John McTierman, lass mich überlegen, lass mich überlegen, ist es Die Hard? Richtig, ist es Die Hard, ein Klassiker, ne, Unverrückbar, ein Film, der auch für die 80er steht, für das Action-Genre, das in den 80ern so geblüht hat, wie weder davor noch danach. Also der Action-Held der 80er existiert so nur noch als Ironie, als Stereotype oder Ironie. Und da war er noch... Ja, da war ein Mann noch ein Mann. Ja, das ist einfach eigentlich so ein einfaches Konzept, Mann im Haus gefangen, ohne wirklich Hilfe von außen, muss da die Verbrecher aufräumen, was ja immer wieder gerne nochmal versucht worden ist, irgendwie nachzumachen oder ähnlich aufzubauen, auch jetzt zuletzt. Und ja, aber nur auf Platz 15, also trotz des eigentlichen riesigen Kultstatus bis heute, war er damals in Deutschland nur auf Platz 15. Ich denke, unter dem Strich wird das Franchise aber trotzdem riesengeld eingespielt haben, weil die Serie dann erfolgreich war und auch die nächsten zwei Teile liefen noch sehr erfolgreich. Die Kinoauswertung, die Heimauswertung sind bei diesem Film sensationell gewesen. Und was nicht zu unterschätzen ist, der Imagegewinn für Willis und die Regisseure der ersten zwei Teile, Renny Harlin war, glaube ich, der zweiten, die haben natürlich riesig davon profitiert. Da kann schon mal passieren, dass so ein Film, der echt ein Monument darstellt, trotzdem nur auf, was ist das, Platz 15 landet, in einer Jahresauswertung, weil andere einfach ein breiteres Publikum erst mal angesprochen haben. Ja, war wirklich der Durchbruch ja auch für Willis, muss man ganz ehrlich sagen. Vorher war er eher durch seichte Unterhaltung bekannt und nicht so als knallharter Actionstar, weil er jetzt auch nicht unbedingt wie Schwarzenegger oder Stallone in der Zeit so diesen typischen Actionstar verkörpert hat. Nö, also er war eine Variation dessen, was man bis dato kannte, nämlich so Kleiderschränke, die möglichst oben ohne rumlaufen. Er trägt immerhin Feinripp und ist dann von den Maßen her dann doch der Durchschnitts durchtrainierte, aber eben nicht jemand, dem der Titel Mr. Universum auf die Stirn getackert steht. Gut. Gehen wir einen weiter. Da kommt jetzt ein Film, den mag ich bis heute sehr, sehr gerne, habe ich in meiner Kindheit sehr, sehr gerne gesehen. Man konnte sich immer gut reinversetzen, nämlich in Big mit Tom Hanks als zwölfjähriger Josh, der sich wünscht, endlich 30 Jahre alt oder erwachsen zu sein und in so einem Spielautomaten auf dem Jahrmarkt eine Viertel-Dollar-Münze einwirft und sich dieses wünscht und am nächsten Morgen erwacht er in seinem Kinderbett als erwachsener Mann und muss da erst mal flüchten und geht natürlich dann den Schritt oder fängt dann an in einer Spielzeugfirma, weil er natürlich als Kind im Manne perfekt weiß, was die Kinder wollen und so baut er sich da ein Leben auf und merkt aber irgendwann, dass ihm doch irgendwas gefehlt hat, nämlich das komplette Großwerden und Kind sein und Jugendlicher sein und natürlich kommt es dann nachher noch zu einem Happy End und das Ganze wird wieder zurückgedreht und ja, es gibt sogar eine Sexszene, wenn man dabei denkt, dass er eigentlich zwölf ist und mit einer erwachsenen Frau heutzutage fast schon wieder nicht machbar, aber gut, er ist ja eigentlich 30 da, ich habe nicht darüber siegen können, ja, es war Sommer, nein, ich finde es eine Dublette zu dem Platz davor, wir haben hier zwei Stars, die wirklich überdurchschnittlich lange richtige Big Stars sind, Hengst ist immer noch, Willis fast, möchte man sagen, so die ganz großen Sachen sind in den letzten Jahren nicht gekommen, aber kennen tut ihn immer noch jeder, auch werden in den letzten Jahren nicht abgefeiert hat, beide Filme sind eigentlich rudimentäre Genre-Studien, der eine, dieses klassische Ein-Mann-gegen-alle-fürs-Gute und da die Body-Switch-Komödie, in der einen auch zu der Zeit noch nicht als Star oder als Überstar erkennbarer guter Schauspieler eher im Seichten gefischt hat, also zu der Zeit habe ich Tom Hengst immer noch für einen netten Komödianten gehalten, der er ja auch sicherlich war, aber sein Potenzial als wirklich großer Schauspieler, der schon ein paar Jahre später zwei Oscars einfährt, ist da noch nicht absehbar, finde ich, und man kann ihn genießen als guten Komödianten, aber als großen Schauspieler hätte ich ihn damals mir noch nicht an die Wand gehangen. Ja, kann ich nachvollziehen, ne, die, naja, vorsichtig gesagt, die, die großen Sachen kamen danach erst, ne, also gerade so diese Highlight-Filme wie James Ryan und alles, wofür er sonst noch bekannt ist, das kam erst viel später, da war wirklich ja noch ein Comedy-Umfeld, was da alles gekommen ist. Genau, korrekt. Ja. Gut, dann gehen wir einen weiter, da musst du mir wieder helfen, wahrscheinlich, weil da stehe ich auf dem Schlauch, ich sehe zwar, dass Ralf Richter mitspielt, den finde ich, fand ich, finde ich immer noch ganz lustig, alles mal wieder ein Film mit Götz-George aus dem Jahre 88. Welcher? Hast du eine Idee? Ne, ich habe gezündet noch nicht. Sag mal. Es ist die Katze. Gudrun Landgräbes fällt mir als erstes ein, weiblicher Hauptrolle, die Katze. Respekt. Regie, ich weiß nicht, ob Dominik Graf oder auch richtig. Auch richtig. Ich kann mich an den Film nicht wirklich mehr erinnern. Ich habe die Darsteller noch irgendwie auf der Festplatte. ich weiß, dass es ihn gegeben hat. Ich kriege die Handlung nicht mehr zusammen, ernsthaft. Okay, macht auch nichts. Macht nichts, kann man nachholen, wenn man möchte. Ist auch ein paar Tage her, muss man ja auch fairerweise sagen. Und nachdem los ich nur war, habe ich, glaube ich, den Titel nie wieder gehört. Okay, ja, ich noch nie, generell nicht. Deswegen gehen wir auch weiter. Ich glaube, auch unsere Hörer werden die Katze jetzt nicht so begeistern, sondern vielleicht danach ist es eher interessanter, weil dort Mr. Spock himself Regie führt, nämlich Lennart Nimoy und zwar mit einem Film, eine Komödie mit Tom Seleck, Steve Guttenberg, der wahrscheinlich deswegen bei der Police Academy ausgestiegen ist und Ted Danson in der Hauptrolle. Noch drei Männer, noch ein Baby. Three men and a baby. Auch eine Fortsetzung, klar, von drei Männer und einem Baby, was das Remake einer französischen Komödie war. Und an die Fortsetzung kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Es hat immer, dass diese Fortsetzung in dieser Zeit wirklich so ein Rip-off von Erfolgen war. Einfach dem Motto, wir legen nochmal einen Namen. Ja, pass auf. Ja. Das ist keine, also das heißt zwar noch drei Männer, noch ein Baby. Ich glaube, in Deutschland haben die das so genannt, weil der französische Original in Deutschland drei Männer und ein Baby heißt. Das ist eine Remake. Okay. Das war eine Neuverfilmung aus den USA, deswegen heißt der US-Titel einfach nur Three men and a baby. Okay, siehste, dann hab ich mich da vertan. Dann hat man in Deutsch, weil der französische Film in Deutschland sehr gut gelaufen ist. Der hat bei uns ordentlich eingebracht. Dann hat man da, um das klar zu machen, gesagt, noch ein, drei Männer und ein Baby. Siehste, da, deshalb konnte ich mich an die Vorzeiten auch nicht erinnern. Mach die Sache jetzt rund, finde ich. Ja, aber. Einer der wenigen Regiearbeiten von Mr. Spock neben Star Trek 3, 4, hat er den noch gemacht? Das hatte ich, hat ihn nicht mal umschirrt. Weil irgendwie ist der Film so ein bisschen, klar, hab ich ihn, glaube ich mal, als Fernsehausstrahlung gesehen und, aber nie so wirklich registriert und bei mir in der oberen Schublade abgelegt, sondern ja, den gibt es. So, okay, dann gehen wir mal einen weiter, nämlich auf Platz 11, kurz vor der Top 10, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Und da fällt mir auch der weibliche Name wieder als erstes ein, Lena Olin. Wahrscheinlich wegen des Plakats, auf dem sie vor einem Spiegel liegt und außer einer Melone fast nichts anderes anhat. Es muss mich auf irgendeine Art und Weise beeindruckt haben. Ich hab den Film auch irgendwann gesehen und 88 war ich auch noch jünger als heute. Und die philosophische Tiefe dieses Films ist mir, glaube ich, irgendwie 10 oder 15 Jahre später bei einer zweiten Sichtung erst wirklich aufgegangen. Beim ersten Mal hab ich nur geguckt, wie oft ich Lena Olin zu Seelen kriege. Also spannend ist auch der männliche Hauptdarsteller ist Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, richtig auch. Das Gaskat spielt auch mit. Also es war eine großartige Übersetzung. Ist, glaube ich, eine Produktion aus oder Regie? Lass mich überlegen. nicht, ähm, Milos Formen? Nein, ne? Nein. Ich komm nicht auf. Warte mal. Was willst du wissen, wer das produziert hat? Ja. Regie ist Philipp Kaufmann. Philipp Kaufmann. Ah, auch ein, ein Mensch, der dicke Dinger ins amerikanische Filmnetz gelegt hat. Ähm, 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 boah Gott, die Titel fallen mir jetzt gleich wieder ein. Lass uns weitermachen, sonst fangen wir zum Beispiel, zum Beispiel. Der Stoff, aus dem die Helden sind, die Wiege der Sonne. Eben. Ja. Cool. Also wie gesagt, Platz 11, also dafür schon auch recht erfolgreich in Deutschland. Jetzt kommen wir zu einem Film von dem guten Ron Howard. und zu diesem Film ist gerade aktuell sogar im Gespräch oder Ron Howard wünscht sich das oder die sind da am Überlegen, da eine Serie, eine Fortsetzung als Serie rauszubringen. Nämlich ein Fantasy-Film namens Willow mit Val Kilmer, äh, unter anderem Val Kilmer in der Hauptrolle. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass bei mir Willow die Assoziation Pillow, sprich Kissen, sofort ausgelöst hat und es hat mich müde gemacht. Ähm, zu der Zeit kannte ich noch keine guten Fantasy-Filme und ich behaupte, zu der Zeit gab es auch noch keine. Wahrscheinlich wirst du und alle Fantasy-Fans mir jetzt schlagartig widersprechen. Ähm, ich kann aber nur aus meinem Herzen und aus meinem Hirn reden, zu der Zeit hat mich Fantasy sowas von kalt gelassen, also, ein Pinguin hätte gefroren. Du, ich könnte jetzt gar nicht spontan sagen, ob vor 88 viel an Fantasy rauskam, was mich wirklich interessiert. Ich weiß jetzt nicht, unendliche Geschichte könnte kurz danach gewesen sein, aber... Ja, ich glaube, mit dem Smaragd-Wald ging das in der moderne Fantasy-Film los. Davor war es eher so das Abenteuer-Genre, das so ein ähnliches Gefühl befriedigt hat. Aber Science-Fiction waren auch eher skurrile Dinge, die man nicht sehr ernst nehmen konnte. Und Fantasy hat mich in dieser Zeit wirklich nicht gebockt. Das war mir alles zu kitschig, zu niedlich, diese kleinen, plüschigen, süßen und... Ich habe auch keine Monschichis im Regal stehen gehabt. Das war alles nichts fürs Peterchen. Ich wollte damals cool sein. Und das war für meine Begriffe nicht cool. Ich bin mal gespannt, ob du für den nächsten Platz cool genug bist. Auch da hole ich gerne mal aus, weil der Film ist mir doch sehr stark in Erinnerung geblieben. Ich weiß ganz genau, dass ich den gesehen habe, nicht im Kino, aber kurz danach im ZDF. Es ist ein deutscher Film dadurch bedingt. Und was ich vorher nicht wusste, der Hauptdarsteller, der war zu der Zeit wirklich auch so ein Frauenschwarm und hat zuletzt zum Beispiel im Herr der Ringe den Samwise Gamschi synchronisiert, was mir ganz ehrlich nicht vorher aufgefallen war. Das habe ich dann durch einen des Podcasts erst gelernt, weil er dort zu Gast war. Ich spreche über Patrick Bach. Ein mittlerweile renommierter Synchronsprecher. Exakt. Wie hieß seine Serie nochmal? Auch irgendwas mit einem Pferd. Auch so ein Teilnehmer oder sowas. Das kriegen wir raus. Er war ein riesen Fernsehkracher und er war damals noch ein junger, hübscher, kleiner Bursche, den alle ganz niedlich fanden. Die Mädchen und die Eltern natürlich auch, die sind Fashion-Burschen und die Serie lief wirklich wie geschnitten Brot. Mittlerweile sieht man ihn nicht wahnsinnig häufig auf der Leinwand oder im Fernsehen, aber als Synchronsprecher hat er echt Karriere gemacht und er ist gut. Er ist wirklich gut. Der Film, von dem du jetzt gerade spielst, auf Platz 9, ist was? Anna, der Film. Das ist diese Balletttänzerin, Silvia Seidel. Ja, jetzt wo du es sagst, habe ich schon wieder vergessen. Nein, Balletttänzerin, sagen wir mal, in meinen späten 20ern, nicht das, was mich wirklich auf die Barrikaden gelockt hat. Es war aber auch die Kino-Version sozusagen der Fernsehserie, die auch große Erfolge gefeiert hat, aber irgendwie war das da wohl nicht genug und dann geht man ja schon mal gerne her und bringt dann irgendwas ins Kino, manchmal mit Erfolg und manchmal weniger. Dass der auf Platz 9 gelandet ist, überrascht mich, aber es liegt daran, dass er bei mir, hättest du ihn jetzt nicht erwähnt, wird er mir nicht einfallen. Ja, ich glaube, da gab es damals auch irgendwie noch eine Serie dazu und das war halt in Deutschland recht populär, auch dann durch den Schönling Patrick Bach, aber auch die Silvia Seidel sah damals natürlich auch sehr knallig aus. Silvia Seidel war natürlich wirklich ein flottes Teil, aber das alleine hätte mich nicht vor der Leinwand und auch nicht vor dem Fernseher gehalten, weil Mädchen... Ich meine, die Musik war auch sehr gut, aber ich kann mich, ich weiß nur, dass sie gut war, aber ich könnte mich jetzt nicht mehr an die Stücke oder an irgendwie an was erinnern, aber irgendwie hat mich das damals auch sehr fasziniert und es war halt auch sehr dramatisch mit dem Rollstuhl und, 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 ohne jetzt da in C-Teil zu gehen. Okay, gehen wir ein weiter auf Platz 8. Da sind wir schon wieder im deutschen Bereich, aber ich dachte erst hier, das wäre ein Rechtschreibfehler. Man spricht Deutsch, aber Deutsch mit TSH geschrieben. Ohne C. Dann sage ich nur Gerhard Polt. Polt, einer der Polt-Filme und speziell, aber wenn man Polt mag und für mich ist Polt einer eben aus dem, aus Bayern, der für mich zur obersten Riege der Humoristen gehört und ja, seine Kino-Filme sind jetzt nicht jedermanns Sache, aber Platz 8 spricht ja auch Bände. Das musst du erst mal in der Konkurrenz, wir haben ja gerade gehört, was alles dahinter gelandet ist an internationalen Produktionen. Er hat voll guten Wiederhall gefunden. Dieser Film und sein Humor ist ja trocken. Also unglaublich trocken und manche merken gar nicht, dass es Humor ist. Und man spricht Deutsch, ist eben Gerd Polt im Ausland, im Urlaub und repräsentiert den typischen Deutschen, der bitteschön, egal in welchem Land Sauerkraut, Eisbein oder Schnitzel haben möchte und den deutschen Filterkaffee allem anderen vorzieht und seine Standards und Sprüche vom Stapel lässt und uns vorführt mit einer uneidenen Art, was man so als Deutscher alles im Ausland Peinliches anstellen kann. Und das war wirklich witzig. Ja, Wahnsinn. Gut, kommen wir einen Platz weiter. Jetzt kommen wir beiden mit unserem Testosteron voll auf unsere Kosten, denn es wird wieder geschossen und zwar in Rambo 3. Afghanistan war der Spielort, oder? Lass mich kurz nachdenken. Ich meine, die Afghanistan-Nummer für mich stellen die ersten drei eine Einheit dar. Rambo 1, 2, 3. und danach gibt es eben noch diese Nachklaps. Ich erinnere mich daran, dass der Film damals, das wurde auch in den Tagesthemen irgendwie thematisiert, ausgezeichnet wurde mit dem Filmpreis, was bei vielen Leuten für Verwirrung, Entsetzen und laute Geräusche gesorgt hat. So einen gewaltverherrlichtenden Film als mit dem deutschen Filmpreis und nein, nicht deutscher Filmpreis, das ist Quatsch, das Prädikat wertvoll. Darum ging es. Er bekam zum Staat das sehr verkaufsförderliche Prädikat wertvoll, was auch auf die Plakate eingedruckt wurde und man fragte sich natürlich, was da der wertvolle Teil dran sein sollte. Also den deutschen Filmpreis, den streichen wir jetzt, da habe ich mich vertan. Und es war, wie die Teile vorher auch, ein Mann-Armee, Mann mit viel Fleisch und Haut am Oberkörper, kein Feinripp, aber was immer er auch getragen oder nicht getragen hat. Es bestand häufig aus Metall und konnte Patronen abgeben. Das war Afghanistan und er hat sich, glaube ich, da auf die Seite der Murcheddin, der Rebellen geschlagen, gegen die russischen Besatzer, was auch so eine politische Konjunktion hatte, weil zu der Zeit Teile von Rambo und Rocky, die dann irgendwann so in die kalte Kriegskiste gegriffen haben und sich ihre Gegner aus dem Osten, aus Russland, aus Boxer, Drago oder die russischen Besetzer in Afghanistan als Gegner sich rausfischen. Unpolitisch war es nicht, aber ernst nehmen, als politisches Statement konnte man, das fand ich jetzt auch nicht wirklich, dafür war es natürlich total unreflektiert. Es war ein Szenario, das man brauchte, um die Ein-Mann-Armee von der Kette zu lassen. Ja, richtig. Also, ich habe es auch so in Erinnerung, als dann nachher gefühlt nur noch eine reine Gewaltorgie, ohne wirklich viel Story. Ja, mit einem Bogen, mit einem Sprengkopf an Pfeil, Helikopter abgeschossen und sowas, also so richtig realistisch und, und ja. Das wird ja nachher noch parodiert, ne, bei Hotshots und und und, also. Und Goldene Himbeere hat Sylvester Stallone gewonnen, als schlechtester Nachsteller. Ja, gut. Das kann man so oder so sehen, aber in so einer Rolle kannst du jetzt aber auch nicht geben, ne. Ja, ja, klar. Ja, aber wie gesagt, Rambo 3, auch in Deutschland halt recht beliebt gewesen, nämlich nicht ohne Grund auf Platz 7, ne. Was kommt jetzt? Frage ich mich. Ja, jetzt kommst du wahrscheinlich wieder, vielleicht können wir das auch kürzer abhandeln, außer du hast da eine spannende Story zu. ähm, ein Film ähm, ich und er von Doris Dürrier. Oh Mann, die Frau, die mit Männern einen Riesenerfolg hatte, glaube ich, ein oder zwei Jahre vorher, Pima Daumen, und dann so ein bisschen unter Erfolgsdruck stand, aber ich und er, ich kann mich nur vage daran erinnern, dass ich und er, also einer von den beiden war ein Mann, der andere war das, was er in der Hose mit sich schleppte, ähm, und ein eigenes Leben entdeckt hat. Ja, ja, das, das, das ist das Ich und Er, und daraus wird, wird, äh, die Story entwickelt. Ich kann mich aber an mehr nicht erinnern, ernsthaft, und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich ihn gesehen habe, und vergessen, oder ob ich schon bei der Prämisse des Films gesagt habe, ja, amüsiert ihr euch mal darüber, macht eure Späße, aber ich und mein Freund gucken uns das nicht an, ähm, und hab den Kreisgeschoss wieder zugemacht und bin gegangen. Nein, Spaß beiseite, ich glaube, ähm, das ist kein Film, der die Jahre überlebt hat und überleben sollte im Gedächtnis. Okay, ja, kein Thema. Du, dann haben wir wieder eine Fortsetzung. Ja, warst du? Ähm, auch da bin ich überrascht, dass diese Fortsetzung so weit oben anzusiedeln ist, aber ich meine, der erste war auch weit oben. Ich spreche von Crocodile Dundee 2. Ich glaub, der war noch gut, ne? Paul Hogan. Ja, ja, Paul Hogan. Aber ich glaub, der erste war kracher, der zweite war auch noch gut, ne? Der zweite war auch noch gut, ich glaub, der nächste war dann schon deutlich später in, in, in. Das war eine Gurke. Crocodile Dundee in L.A. Ja, oder L.A., ich weiß es nicht. Gesehen hab ich den, aber, ähm, vergessen. Aber ich glaub, Crocodile Dundee 2 war wirklich eine richtig gute Fortsetzung und, und Hogan hat, hat richtig vom Leder gezogen. Wir haben den Mann damals geliebt für seine, ne? Seine, seine, seinen verschmitzten Ohr hinter der ledernen Haut. War der eigentlich aus Leder? Ja. Der Mann, der sah einmal so aus, ne? Als wenn der frisch gegerbt worden wäre. Sehr viel geraucht, wahrscheinlich. Ich denke schon. Und viel australische Sonne, nehm ich auch mal an. War ja ein Australier, ne? Oder ist ein Australier. Ich weiß es gar nicht so genau. Er ist in Sydney geboren, das ist richtig. Ja, aber ich weiß es nicht. Aber in Australien, Down Under ist der und war der ein Megastar, auch im Fernsehen. Und für uns war der damals sozusagen eine Entdeckung. Der erste war ein Weltkriegsphänomen, den zweiten hinterher geschoben, der auch noch funktioniert hat. Dann war das internationale Geschäft für ihn erstmal wieder erledigt, glaube ich. Aber spannender Funfact. Seit 2006 lebt Hogan in Kalifornien, was jetzt erstmal noch nicht so überraschend ist. In seiner Heimat Australien wurde Hogan der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe beschuldigt. Das Geld soll aus Gewinnen der Kokorell-Dundi-Film stammen. 2010 wurden die Ermittlungen gegen Hogan eingestellt. Ja, weil ich glaube, der wird sich da nicht mehr so sehen lassen, ne? Boah, das muss er ja auch nicht. Hat ja jetzt ein neues Zuhause. Nein, richtig. Gut, also das war wie gesagt Platz 5. Dann da drüber auch ein Film, ich denke, den kennen wir alle, Der Prinz von Zamunda mit Eddie Murphy von John Landis. John Landis, Klammer auf, Blues Brothers. Gibt's gerade gelesen, Ankündigung, dass John Landis sein bester Film in einer Extended-Version überarbeitet rauskommt. Blues Brothers. Und das war auch ein guter John Landis-Film. Und einer von denen, wo wir Eddie Murphy noch als puren Komiker genießen konnten. Es gab nach ein paar Filme, wo er mit seinen Verwandlungs-Scharaden ein bisschen übertrieben hat, fand ich. Und es gab auch ein paar Sachen wie Pluto Nash oder so, wo man sagen muss, die Celluloid-Industrie wird ihm ewig dankbar sein dafür, dass er ohne Sinn und Verstand Material verbrannt hat. Ja, aber das war ein witziger Film, ne? Ja, auf jeden Fall immer noch sehr beliebt. Ich hab auch mal gelesen, dass es sogar angeblich mal angedacht ist, da noch eine Fortsetzung von oder irgendwie, dass Eddie Murphy da gerne weitermachen möchte, wenn es keine Ente war. Aber ja, vielleicht kommt da ja nochmal was. Sagen wir mal so, es gibt immer im Umfeld von Produktionsfirmen, Stars, ob es ein Fahrer ist oder der Bediener Bediener aus dem Restaurant, die irgendwo ein Stichwort aufschnappen und zu jedem Film, der irgendwie halbwegs mal in irgendeiner Top 5 irgendwo war, kann man das Gerücht anbringen. Ob es stimmt oder nicht, meistens redet auch irgendwer irgendwann darüber, was hältst du davon, sollen wir nicht mal, wäre doch eine schöne Idee. Und da gibt es die wildesten Sachen, also insofern kann sein, kann auch nicht sein, 50-50. Aber dass da eine kommt, ist eher 98% nein, würde ich jetzt sagen. Dann kommen wir aufs Treppchen mit Platz 3. Ein Film, der mir doch auch in der Kindheit sehr gefallen hat, aber ich immer das irgendwie sehr skurril fand, diese Mischung aus Tun und Real, nämlich falsches Spiel mit Roger Rabbit, who framed Roger Rabbit von und mit Robert Zemeckis, der auch dort wieder zusammen mit seinem Kollegen Christopher Lloyd, bekannt aus Zurück in die Zukunft, zusammenarbeitet. Und ja, ich fand den wahnsinnig gut mit Bob Hoskins in der Hauptrolle, mit Roger Rabbit, super gut. ein Film, der mir damals auch über die Filmkritik irgendwie sehr nahe gebracht worden ist und mich sehr neugierig gemacht hat zum Start. Ich weiß gar nicht mehr, welche Kritiken ich da gelesen habe, die teilweise wortwörtlich in Satzteilen noch durch meinen Kopf geistern, aber es hat mich sehr neugierig gemacht auf diesen Regisseur Robert Zemeckis, dass er einer der Guten ist und auch noch werden wird. Das war vielleicht nach dem Film absehbar. das Spiel mit dem Originaltitel Who Framed Roger Rabbit habe ich damals sozusagen das erste Mal wirklich wahrgenommen, weil dieses Framen bedeutet ja irgendwie reinlegen, ganz grob übersetzt, aber Frame ist natürlich auch ein Rahmen und bei Gezeichneten, bei Toonfiguren ist das natürlich eine schöne Doppelbedeutung, wer hat Roger Rabbit eingerahmt und das war gesagt ja auch Frames Per Second, also 24, 24 Bilder pro Sekunde Frame. Eindeutig ein Kino-Filmbezug und Framing oder jemand Framen, ist ja auch im Augenblick gibt es auch das Framing, jemanden sozusagen irgendwo aufs Kreuz legen mit falschen Inhalten, ist ja auch wieder sehr aktuell als Begriff. Es war natürlich auch weit vor der Zeit des CGI und da war diese Kombination aus Zeichentrick, es ist ja noch echter Zeichentrick und Schauspielaktion, also eine Sensation, das kannten wir also aus vereinzelten Szenen in Disney-Filmen, wo plötzlich reale Figuren mit gezeichneten Figuren interagierten. Hier war es ein kompletter, ganzer Film, also ein echter Hammer. Das hat uns völlig geflasht damals, ich fand es unglaublich klasse, ich kannte Roger Rabbit als die Figur nicht, bei Hasen aus Cartoons wäre mir Bugs Bunny eingefallen, aber er hat mir trotzdem riesen Spaß gemacht und Jessica Rabbit war natürlich auch eine Entdeckung für uns. Es war schon sehr schön, was uns da geboten wurde. Bob Hoskins, der die männliche Hauptrolle, diesen Privatdetektiv spielt, der hier so einer schlimmen Sache auf der Spur ist, ist ja eigentlich Engländer gewesen, wenn ich mich recht erinnere und das in einem amerikanischen Blockbuster-Film war, glaube ich, ein gewisses Risiko. Andererseits hat er die Rolle wahnsinnig gut verkörpert, also ich hätte mir, nachdem ich es gesehen habe, auch niemand anders mehr vorstellen können, der diesen Part so rüberbringt, diese Mischung aus Humor und trotzdem diese Übernahme dieses Private Eyes, also diese Bedienung des Geschehens vom Privatdetektiven. Kleine Anekdote am Rande, ein Freund von mir hat mit Bob Hoskins zusammen gedreht, Hans-Martin Stier ist mit Bob Hoskins, ich glaube, die haben zusammen in Enemy at the Gate mit Jude Law zusammen gedreht und er hat ihn da kennengelernt und er hat ihn mir irgendwann mal in einem Gespräch beschrieben und das will ich gerne glauben, wie er ihn beschrieben hat, nämlich als einen unglaublich lieben Menschen und er war damals schon ein internationaler Star, der mein Freund, der zwar ein paar große Produktionen international gemacht hat, aber hauptsächlich in Deutschland bekannt ist, Hans-Martin Stier kann es ja mal googeln, ist auch wegen der Stimme eine absolute Sensation und der meinte, der ist so offen auf alle Kollegen und auch auf ihn, der deutlich in einer anderen Liga spielt, auch Gehalts mäßig, zugekommen und hätte sich mit ihm irgendwie verbrüdert als Kollegen und hätten einfach Spaß gehabt beim Dreh und auch nach Drehschluss einfach sehr angenehm und die kalte Art und Weise, was ja passieren kann, Drehschluss, ich bin Star und auf Wiedersehen, nö, der war sehr umgänglich, ist ja wohl mittlerweile leider auch verstorben, also vor kurzem, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, 2014. 2014? Ich dachte, es wäre kürzer gewesen. Meine Fresse. Na, leider. Ich glaube, war es Parkinson oder irgendwie ist er erkrankt und hätte eigentlich auch gern bei der Fortsetzung mitgemacht, die wohl immer noch in der Planung ist, also ich hoffe mal, vielleicht kommt da irgendwann doch nochmal eine Fortsetzung zu, weil die Idee war gut, das wurde zwar mit Space Jam und immer mal wieder aufgegriffen, aber gefühlt kam das nie an den Film rein. Toll, aber kam nicht ansatzweise an Roger Rabbit. Nee, korrekt. Und ja, obwohl eine Fortsetzung, ich habe immer meine Bedenken, gibt es denn einen Grund, das fortzusetzen und nicht einen genauso guten neuen Film zu machen? Ist da irgendeine Frage offen gewesen? Ja, gut, sagen wir es so. Es kann doch dann nur darum gehen, irgendwelche... Neun Filme haben sie ja versucht mit Space Jam, ne? Ja. Aber ich finde, wenn sie diese Charaktere um Roger Rabbit nochmal reinbringen und diese, ja, das macht ja schon viel aus. Ansonsten muss es ja mehr oder weniger neu sein, weil, wie gesagt, der Hauptdarsteller lebt halt nicht mehr, ne? Ja, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt muss er einen Twist kriegen, der vielleicht mit den, ne, in der Cartoon-Welt an der gleichen Stelle spielt, aber von außen andere Einflüsse reinkommen. Genau. Gut. Ja. Gehen wir ein Treppchen höher, oder? Okay. Und Platz 1 und Platz 2 sind auch sehr, sehr nahe, aber auch selbst der Roger Rabbit hat 4,3 Millionen Besucher. Okay. Ödi Pussy jetzt auf Platz 2, 4,6. Also, nicht so viel mehr. Also, bei Ödi Pussy, du siehst es mich jetzt auf den Knien, L'Oreal ist für mich der Meister des Humors. Und, äh, ich kann nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die ihn entweder nicht sehen, und was noch viel schlimmer ist, die nicht verstehen, was da an Präzision abgeliefert wird in diesem Film, weil es eben nicht diese Schenkelklopfer-Nummer ist. Aber der Mann ist ein so präziser Beobachter von Charakteren und Situationen gewesen, dass ich, ähm, ihn wirklich weit über das Niveau eines guten Filmschaffenden hinaus ansiedeln würde. Gehört wirklich in die Reihe großer, deutscher, ich sag mal auch literarischer Köpfe. Leute, die wirklich, äh, Humor, entwickelt haben, der, der Einfluss hatte und auch, äh, lange Zeit geschafft haben wird. Und Oedipus ist natürlich einfach ein wunderschönes Spiel, wo er, ich glaub, äh, wen spielt er da noch mal? Lose ist er in... Paul Winkelmann. Herr Lose ist er in Papagatikortes und da ist er eben der, der, das Muttersöhnchen, ne, der Oedipussi, äh, Anlehnung an, äh, Oedipus. Ähm, und, äh, der kam von... Verneint er übrigens Loriot selbst, ne? Was? Das ist da. Ach so, nee, ähm, Entschuldigung, ähm, viele haben, da sind immer den Namen auch als Anspieler, äh, Anspielung auf James Bond Oktopussi. Ja, das wieder Robert Llorio verneint. Ich kann nicht verstehen. Da gibt's doch keine Verbindung. Absolut nicht. Nee. Oktopussi ist eben, ne, die Heranziehung von, das griechische Wort Acht und, äh, in Kombination mit Pussi, was immer das bedeuten will, dieses Wort, ähm, ähm, Oktopussi ist eine rübersteckig lassen, lachen, während alle anderen sich fragen, was hat der Mann? Gebt ihm endlich seine Medikamente. So kann's hier nicht weitergehen. Aber jeder, der den Film kennt und liebt, kann's nachvollziehen, was ich damit meine. Ja, absolut. Und, ja, vielleicht kannst du ja ein paar Zitate jetzt in den, in den nächsten Charts gleich von 89 noch einbauen. Ich bin überrascht, auf Platz 1, äh, 70.000 nur mehr, ähm, ja, was heißt überrascht, es ist ein guter Film, aber dass du ja auch wirklich Platz 1 in Deutschland erreicht mit eine verhängnisvolle Affäre, Fatal Attraction, ist schon überraschend, ein wenig, oder? Wieder mal. Oder war das damals wirklich so ein Hype um den Film? Der Hype war es. Ja, Michael Douglas. Michael Douglas zum, glaub ich, zweiten Mal, ne, Wall Street war er noch, ja. Ja. Und Glenn Close, äh, damals wurde sie, also auch von mir gerne mit Meryl Streep verwechselt, rein äußerlich. oder vielleicht habe ich nur den Namen mir nicht merken können und durcheinander geschmissen. Aber der Film hatte eine Mega-Presse, weil das Ganze jenseits des Films auch thematisiert wurde in den Magazinen, ähm, denn es ging um, ähm, darum, dass Michael Douglas eine Büroaffäre hat, die dann, wie soll man sagen, ein bisschen durchdreht, nachdem er sie eigentlich, für ihn war es nur körperlich, für sie der Beginn einer großen Liebe und, äh, das sieht er natürlich anders. Sie will, seine, seine, seine Ehe gefährden und es entwickelt sich wirklich ein, 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 ein Kampf, ähm, sie, ähm, bedroht die, die Ehefrau, es geht um Leben und Tod und das ganze Thema Betrug, äh, Affäre ist von den Medien dermaßen hochgejazzt worden und, äh, mit zwei damals sehr attraktiven Menschen, Michael Douglas war in der Zeit ein gutaussehender Mann und Glenn Close die entsprechend gutaussehende Frau, die entsprechend heiß zurechtgemacht wurde. Ähm, das hat viele, viele, viele Leute ins Kino gelockt. Ich erinnere mich daran, dass mir das Ende des Films überhaupt nicht gefallen hat, weil das ein bisschen mehr nach Carrie aussah, als nach, äh, ein Film, den man, äh, irgendwie bis dato, äh, halbwegs für realistisch halten kann, wenn jemand so durchdreht. Ähm, und was mir viele Jahre später, muss ich jetzt einfach loswerden, aufgefallen ist, dass dieser Film vom Plot identisch ist mit der ersten Regiearbeit von Clint Eastwood, Sadistico. Kennst du den Film? Äh, Sadistico, ähm, die deutsche Titel, der fällt mir jetzt nicht ein, aber darin geht es um einen, äh, einen Menschen, den spielt Clint Eastwood, der nachts Radiosendungen moderiert und, äh, Telefonate empfängt und sich mit Leuten unterhält und eine seiner Zuhörerinnen, ähm, verliebt sich sozusagen in ihn, fängt an, ihn zu stalken und da er sie abblitzen lässt, wird sie zur Gefahr. Und im Prinzip, ne, ein ähnliches Konstrukt, äh, wobei ich den Eastwood-Film um Längen schärfer fand, schärfer, weil härter konturiert, äh, klarer in seiner, seinen, seinen drastischen Momenten und, äh, damals schon sichtbar war, dass Eastwood ein, ein hervorragender Regisseur ist. Ich meine, es war seine erste Regiearbeit jenseits ein paar Episoden im Fernsehen bei Serien Raw Height oder so, wo er halt mitgespielt hat. Das war seine erste, erste Kinoproduktion. Ähm, und das ist für mich die einzige Erklärung, warum dieser Film auf Platz 1 gelanget sein kann, 1988, ähm, weil, als Film, nicht schlecht, aber eins, mhm, hätte ich nicht erwartet. Ja, das müsste ich so hinstellen, ja, Wahnsinn, ne? Ja, aber wenn du sagst, was die ersten drei, wo sie so dicht beieinander waren, dann, äh, ist er jetzt also nicht herausragend, aber da sind zu. Ja. Da hatten wir schon andere Filme, die gefühlt das Doppelte von zwischen Platz 1 und Platz 2 eingespielt haben. Hier haben wir wirklich, die ersten drei sind nah beieinander. Was ich ein bisschen vermisst habe jetzt in unserer Top 20, ich müsste auch noch mal nachgucken, ob es wirklich 88 war, ist Brian De Palma's The Untouchables, die unbestechliche, mit Kevin Costner und Sean Connery, für den er seinen einzigen Oscar bekommen hat. Den einzigen Oscar, den dieser Mann für wirklich zig gute Filme, und ich rede nicht nur vom Bond, bekommen hat, ist für die Nebenrolle in The Untouchables, wo er wirklich einen der langwierigsten und ekelhaftesten Tode stirbt, die ich auf der Landwand gesehen habe. Ja, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, ich spring mal eben ins Jahr 87. Ich bin mir da nämlich jetzt auch nicht sicher, wann der gelaufen ist. Der ist genau, die unbestechlichen war 87 auf Platz 21. Noch hinter Spaceballs. Ein schöner Film, aber nicht vergleichbar. Da habe ich gerade noch auf dem Schirm, weil ich mir die Tage noch mal den Soundtrack von Ennio Morricone angehört habe zu The Untouchables, der mir immer noch komplett... Ja, unlängst verstorben am 6.7. Einer der allergrößten. Ich sage nicht, dass er der Einzige ist, aber über ihm gibt es nichts. Neben ihm wenige. Unter ihm ist immer noch Platz für ganz Große. Und der ist halt leider vor uns gegangen. Da habe ich mir ein paar Soundtracks angehört, unter anderem The Untouchables. Und dabei ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, dass 88 Connery leider seinen einzigen Oscar, aber den aber auch verdient bekommen hat für die Nebenrolle in diesem Film. Ja. Genau. Gut, schließen wir das Jahr 88 ab? Schließen wir. Bevor wir ins Jahr 1989 wechseln, erstmal hier eine kleine Verabschiedung, weil wir haben noch so lange auch über das Folgejahr gesprochen, dass ich mich entschieden habe, die Folge zu teilen. Und an dieser Stelle möchte ich mich dann erstmal verabschieden. Und wir hören uns mit dem zweiten Teil oder dann mit einem neuen Podcast mit 1989 im nächsten Monat wieder. Ich wünsche euch bis Anfang August alles Gute, macht's gut und schaut Filme. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020